Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, das wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ein Gespenst geht um in der Welt. Das Gespenst der Einfallslosigkeit. In demselben Maße, in dem die Anzahl der Bands in Standard wächst, nimmt daher der Spielspaß ab. In dieser Folge nehmen wir uns daher die Produktionsmittel in die eigenen Hände. Unsere Möglichkeit zum Spiel hängt ab von unseren Mitteln und unseren Bedürfnissen. Beide werden durch unsere soziale Lage bestimmt, die wiederum selbst abhängt von der allgemeinen sozialen Organisation. Und mit diesen Worten des Hall of Famers Karl Marx rufen wir euch daher zu. Spielerinnen und Spieler, hört die Signale. Nehmt die Formate in die eigenen Hände. Willkommen zu unserem kleinen humoristischen Mana-Fest. Verrammelt die Türen, vernagelt die Fenster. Keiner zwingt uns rauszugehen. Macht Platz auf den Tischen, holt raus eure Karten und lasst die Küche heute kalt. Denn wir bestellen. Willkommen im Traum eines jeden 15-jährigen Stubenzockers. Willkommen im Lockdown mal wieder. Bis dieser Boardstar sich auflöst, heißt es kreativ zu sein. Und ich denke, dafür haben wir genau das Richtige parat. Oder Martin? Da kann ich nur sagen, Freundschaft. Los geht's. Schön. Ich muss ja sagen, ich hab mir länger die Hall of Fame nicht mehr angeschaut, wer da so alles drin ist. Ja, viele sind jetzt über Arena reingekommen, über die Mythic-Regelung. Ja, in letzter Zeit verfolge ich das alles nicht mehr so. Mit dem Lockdown habe ich mich auch irgendwie so von der Magic-Welt abgekapselt. Ne, stimmt nicht. Aber seit dem Lockdown und alles nur noch über Arena stattfindet, weiß ich nicht, haben diese großen Turniere weniger Reiz auf mich. Die sind immer noch toll, aber ich mag schon dieses mit Papierkarten in einer Arena sitzen und gegeneinander antreten. Ja, das kommt auch wieder. Aber nichtsdestotrotz haben wir halt momentan die Situation, die wir haben. Aber wir haben auch Lösungen dafür. Und darum dreht sich's in dieser Sendung heute. Bevor wir aber gleich loslegen, wollte ich nochmal ganz kurzes Shoutout machen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vor allem auch diejenigen, die in unserer Spotify-Statistik mal kurz aufgetaucht waren und von denen wir gerne noch viel, viel mehr hätten. Nämlich weibliche und Non-Binary-Hörer und Hörerinnen. Schön, dass ihr uns auch zuhört oder zumindest kurz zugehört habt. Wir würden gern wirklich so offen wie möglich sein. Und also so offen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser Format hören und keinen ausschließen. Also das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig. Und da bemühen wir uns auch drum. Und jetzt sind wir halt auch zwei Dudes, die reden. Aber wir bemühen uns auch im neuen Jahr um den einen oder anderen Gast, Gästin, um das ganze Format so ein bisschen ansprechender zu machen. Auch für Leute, die eben nicht wie wir bärtige und mit verschwindendem Haarensatz gesegnete Männer sind. Hör mir auf, ja. Aber ernsthafte Frage, wo sind die ganzen nicht-männlichen, nicht-weißen, deutschsprachigen Magic-SpielerInnen? Wir haben ein bisschen geguckt tatsächlich und jetzt kann man uns gerne vorhalten und das soll man uns auch vorhalten, dass wir nicht an den richtigen Stellen geguckt haben. Also schreibt uns gerne, wen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben oder halten müssen. Ja, also wir suchen weiter und sind aber auch dankbar für jede Anregung, die wir bekommen in der Hinsicht. Einen zweiten Hinweis wollte ich noch machen. Ihr habt es vielleicht beim letzten Mal im Adventskalender gemerkt oder durch Zufall entdeckt. Wir haben sowohl schöne Shownotes auf der Webseite bei unserem Blog-Eintrag zu den einzelnen Episoden und wir haben auch Links zu den ganzen Karten, die wir besprechen und Artikeln, die wir ansprechen. Und manche Links sind auch tatsächlich über den Podcatcher auf eurem Smartphone direkt anklickbar. Das heißt, ihr könnt dann da auch bei dem einzelnen Kapitel auf den Link klicken und kriegt dann auch eine Info zu dem, worüber wir gerade sprechen. Genau, das wollte ich noch sagen vorab. Ja, aber dann würde ich sagen, jetzt haben wir alles geklärt. Wir haben eingekauft, Klopapier für die nächsten drei Jahre im Schrank. Können wir die Türen schließen und gucken, wo wir hinkommen mit den ganzen Magic-Karten, die wir über das Jahr über gesammelt, aber kaum bespielt haben. Genau, wir lassen nur noch den Lieferdienst rein. Ja, ne, 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 der stellt vor der Tür ab und, ähm, genau, ist schon alles bezahlt. Ah, okay, okay. Na dann, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Frühlingsrollen schon kalt sind. Ja, ähm, zur Vorspeise habe ich mir was rausgesucht, was wunderbar noch in die Jahreszeit passt, denn wenn alles klappt, hörte das ja hier am, äh, 25. Dezember. Wenn ihr schön brach den Adventskalender bis zu Ende gehört habt, dann wisst ihr, dass das heute, äh, einen Tag später schon die neue Folge rauskommt. Und es sind erstaunlich viele, die mir gesagt haben, dass sie den Adventskalender tatsächlich jeden Tag ein bisschen hören und sie das freut. Und das freut mich so sehr, dass das tatsächlich jemand so annimmt einfach. Das ist cool. Das war ein bisschen die Idee. Und ich finde es toll, wenn wir auch den erwachsenen, ähm, Magic-SpielerInnen so die Weihnachtszeit, die Adventszeit damit ein bisschen verkürzen konnten. Ja, nee, also, äh, freut uns sehr, dass diese, dass diese kleine spontane Idee so verfangen hat bei euch. Äh, toll. Genau, und jetzt haben wir ja heute den 25. Dezember. Und ich wollte mal auf ein paar Karten hinweisen, die sicher viele von euch kennen, aber manche vielleicht auch noch nicht. Das sind die Holiday-Promos, die Magic jedes Jahr rausbringt, beziehungsweise bringen sie jedes Jahr eine raus. Und es ist eine spezielle Karte mit einer, mit einem silbernen Rahmen, also nicht, ähm, ja, nicht standardlegal und auch nicht in offiziellen Turnieren legal, sondern eher so eine Unset-Variante. Und die bekommen immer Mitarbeiterinnen und Geschäftspartnerinnen von Wizards, die halt im Jahr positiv aufgefallen sind. Vielleicht intern kriegt's auch jeder. Und das sind einfach... Geht das nicht so, geht das nicht an alle Stores auch raus? An alle irgendwie VPN-Partner und wie die heißen? Das könnte sein, ich hab heute nur gelesen, also ich hab jetzt noch zwei Quellen nochmal nachgelesen, da steht immer nur Geschäftspartnerin. Also es ist nicht definiert, wer die kriegt, aber wahrscheinlich drücken sie genug, dass zumindest ihre VPN-Stores und Mitarbeiterinnen alle einkriegen. Sind wie gesagt Silver-Bordered-Cards, ähm, die alle ein weihnachtliches Thema haben. Ich lese mal die vor, die es dieses Jahr geworden ist. Die nennt sich Top Deck The Halls. Ähm, gibt's immer nur auf Englisch. Und, äh, Top Deck The Halls ist ein rot-weißes Enchantment. Für drei Mana, ein rotes und ein weißes. Und sagt, decorated cards in your hand have miracle, ein Snowmana. Also, äh, für ein Snowmana kannst du sie wie ein Miracle spielen. Und, ähm, decorate cards sind eben hier Premiums, Promos, Karten mit anderen Rahmen oder anderer Art. Und, ähm, genau, und da spielen die halt so ein bisschen damit, dass das halt dieses decorated und, äh, dieses blingen, das dann so an Weihnachten noch so ein bisschen rausgekramt wird. Das weihnachtliche Leuchten am Baum, das Leuchten, das Glitzern in den, in den Augen der Kinder. Genau, und wenn du zwölf oder mehr von diesen decorated permanents im Spiel hast, gewinnst du das Spiel. Und, äh, ja, also eine lustige Karte, die es tatsächlich auch, wie alle anderen, so ein bisschen weihnachtlich gefemt sind. Und die man auch tatsächlich auf Card-Market zum Beispiel auch kaufen kann. Also, die wandern dann doch irgendwie von den, äh, Geschäftspartnerinnen und Mitarbeiterinnen in den Secondary Market, in den zweiten Markt rein und können dort gekauft werden. Und ich hab mir die zum Beispiel, äh, teilweise geholt für meinen, ja, Uncube. Aber, genau. Ja, der feine Herr. Ja. Der feine Herr. Na, ich bin gespannt, den ja endlich mal spielen zu können. Irgendwann mal. Ja. Irgendwann mal. Da kommen wir, da kommen wir hoffentlich nächstes Jahr dazu. Also, für 2021. Immer wieder rein in die Wunde. Genau, aber das war mein kleiner Hinweis am Anfang. Also, diese, guckt euch mal die Holiday-Promos an, verlinkt man natürlich. Äh, sind schöne Ideen dabei. Und Anspielungen auch bekanntlich hatten. Ja, wirklich witzig zum Teil, ne? Und einfach komplett für den weihnachtlichen Flavor designt. Ähm, aber natürlich auch immer mit ein bisschen diesem Silver-Border-Anspruch. Das, das, das mag ich ja, dass die selbst beim größten Quatsch stehen, die machen immer noch so einen kleinen, also einen wirklichen, ernsthaften, spielerischen Ansatz irgendwie mit drin haben. Dass man ihn, dass man diese Karte zumindest in der Silver-Border-Welt spielen kann. Das finde ich schön. Bei einer Karte muss man, glaube ich, während man eine Aktion ausführt, eine Weihnachtsmelodie summen. Also, ganz tolle Ideen eigentlich dabei. La, 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 la. So, und die Aktion, die ich jetzt ausführe, ist, ich rede kurz über meine Vorspeise. Ich habe wirklich ein ganz kleines Häppchen mitgebracht. Ein mini-kleines Häppchen. Ich würde sagen, drei bis vier Millimeter Häppchen habe ich mitgebracht. Und zwar gibt es gerade so die allerersten Spoiler für Kaldheim. Ein Set, was uns im Januar erscheinen wird, in Erscheinung treten wird. Kaldheim! Nach dem Heiligen Geist kommt dann Kaldheim. Genau, das Heavy-Metal-Set auf dem Heavy-Metal-Plane. In der Heavy-Metal-Welt spielt das mit den ganzen Heavy-Metalern drauf. Und die haben die ersten paar Karten jetzt gerade gespoilt. Und es wurden Karten in der Extended Version auch gespoilt. Und bisher war das ja so, die Extended Version heißt quasi eine erweiterte Karte, eine erweiterte Illustration. Das hieß quasi, dass so im Bereich der Illustration, quasi in der oberen Hälfte der Karte, der Rahmen quasi entfernt wurde, links und rechts. Und dann wurde die Illustration vergrößert über den Kartenrand hinaus. Also man hat die gleiche Illustration gehabt wie zuvor im Kartenrahmen, nur eben jetzt vergrößert und mit so einem komischen Farbverlauf oben und unten zum schwarzen Rahmen hin, der Karte. Und jetzt ist es eben so, weil die Magic-Welt sich wie witzigerweise extrem darüber aufgeregt hat, immer wieder meint, es ist kein Extended Art, die Illustration ist nicht erweitert, es ist die gleiche, die ist nur größer, es geht nur über den Rand hinaus. Man wollte halt eben dieses Feeling haben, dieses Gefühl von diesen Alternate-Karten, wo also jemand sich hinsetzt und mit dem Pinsel über die Illustration hinaus malt, sie erweitert und dann eben die Karte so aussieht, als wäre sie borderless, als wäre sie einfach so nur Illustration mit ein bisschen Text drauf, so ungefähr. Und sie haben es gehört und was sie jetzt machen ist, tatsächlich links und rechts der Illustration ist diese jetzt beschnitten auf der normalen Karte und auf der Extended Art Version, da gibt es eben diese drei bis vier Millimeter mehr Illustration. Und es sieht tatsächlich ein bisschen witzig aus, ich meine, was man da sieht ist, ach, da ist noch ein Hügel, ist ja interessant, ach guck mal, die Steppe geht dort noch drei Millimeter weiter, ja. Ja, aber genau, es ist ein bisschen absurd, aber auch ein bisschen schön, dass es den ganzen Magic-Spieler in so viel Wert ist, ja, diese paar Millimeter. Aber das heißt, alle, die sich aufgeregt haben bislang, dass das Bild rausgesoomt wurde, können sich jetzt beschweren, dass sie nicht alles vom Bild sehen in der normalen Illustration. Wahrscheinlich, wahrscheinlich genau das. Egal, egal, ich finde es irgendwie schön und die Extended Art sind jetzt ein bisschen größer. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen über Setbooster sprechen, aber das hebe ich mir auf für Kaltheim, denn ich habe mir noch mal das System der Setbooster und die Sortierung angeschaut. Die absurden Bezeichnungen für die einzelnen Slots und so weiter. Aber hier mache ich jetzt einfach mal 2P Continued, das ist dann was für Kaltheim. Da gehen wir dann noch mal in die Setbooster rein, denn die werden wiederkommen. Ja, toll. Gut, also Frühlingsrollen haben wir uns reingetan, auch wenn sie ein bisschen kalt waren. Aber die News waren heiß. Guck mal, du hast ja zu den Frühlingsrollen eine Pizza bestellt, sehe ich gerade. Ja. Schau mal, ist eine Kalzone geworden? Ich habe gar keine Kalzone bestellt. Der Titel sagt es schon, Spielvarianten Corona Lockdown Ausgabe. Wir möchten mit euch sprechen über, nachdem wir einige Folgen jetzt mit euch über Commander gesprochen haben, wollen wir mit euch und für euch ein paar Spielvarianten vorstellen von Magic the Gathering. Casual Varianten. Es gibt mehr als nur Commander, auch wenn Commander das etablierteste Format ist. Aber diese Welt da draußen, diese Magic Welt, die ist sehr, sehr groß. Und deswegen haben wir heute für euch ein paar Spielvarianten zusammengesucht, die ihr spielen könnt im Lockdown. Das heißt, entweder zu zweit mit eurer einen Kontaktperson oder eurem einem, zurzeit gibt es ja noch keine Kontaktsperre, aber vielleicht kommt die noch, dann habt ihr vielleicht wenigstens noch eine Person, die mit eurem Haushalt lebt. Oder eben Spielvarianten, die gut über Internet und Webcam spielbar sind. Aber große Frage, Martin, an dich. Warum machen wir sowas überhaupt? Warum reden wir überhaupt über Spielvarianten? Naja, also viele kennen vielleicht die klassischen Spielvarianten, wenn sie mit Leuten sprechen, die auch Magic spielen. Also ist da immer von Standard die Rede, von Modern, von Vintage, von Limited. Das sind alles Formate, die von Wizards unterstützt werden, die von Wizards auch teilweise erfunden wurden und die eben sehr weit verbreitet sind, die in den Stores gespielt werden und die dann dadurch eben auch im Privaten gespielt werden oder sehr viel auch im Privaten weiterentwickelt werden, wenn man dann Decks baut, um halt damit dann eben in den Läden zu spielen oder auf Turnieren. Aber ich bin mal über eine Aussage gestolpert von Mark Rosewater, dem Chefdesigner von Magic, der mal gesagt hat, also sie liefern nicht nur ein Spiel, sondern sie liefern eigentlich ganz viele Spiele. Und eigentlich liefern sie auch nur die Game Pieces und haben eben ein paar Formate entwickelt, wie eben Standard. Aber sie liefern eben nur die Spielsteine, mit denen man dann sein eigenes Format doch durchaus erfinden kann. Und sie einen auch ermutigen oder er uns auch dazu ermutigt, wirklich eigene Formate, eigene Regeln auszuprobieren und zu sagen, hey, guck mal hier, wir haben diese tollen Karten. Überleg doch mal, was willst du denn damit spielen? Wir machen dir ein paar Vorschläge, aber du hast ja gesehen, es gibt so viele Formate, mach doch einfach auch mal dein eigenes. Und das war so ein bisschen auch die Idee hinter dieser Folge. Heißt nicht immer, dass Wizards alle Spielvarianten recht sind. Man munkelt ja, dass Maro nicht so sehr auf Commander steht oder und dass das, keine Ahnung, das Pauper-Format lange Zeit nicht anerkannt war, wo man eben nur mit Commons spielt. Aber ja, die Fans sind umtriebig, erfinderisch tatsächlich und haben viele, viele coole Varianten entworfen zu spielen. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich angefangen hatte und eben noch nicht Commander gespielt habe, haben wir in der Playgroup sehr, sehr stark auch gesucht, haben rumprobiert, haben geschaut, okay, heute sind wir drei Spieler, heute sind wir zu zweit. Boah, Mann, ich bin alleine, ich würde aber trotzdem gern irgendwie Magic zocken, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und haben da, ja, sehr viel, sehr viel ausprobiert, ein paar Sachen wollen wir da von heute, heute, ähm, vorstellen. Und für mich ist das tatsächlich geblieben, ja, also die, die Freude am Ausprobieren macht für mich einen Großteil meiner, meines, meines Magic-Spaßes aus. Ähm, schon allein, also wir spielen natürlich beide sehr, sehr viel Commander und, ähm, meine mittlerweile 13 Commander-Decks, die folgen alle irgendwie unterschiedlichen Spielideen. Alle brauchen irgendwie eine andere Art und Weise, sie zu spielen, auch wenn sie dem gleichen Regelwerk folgen. Und, ähm, ich kann das auch gut verstehen, wenn irgendjemand sagt, ey, ich hab irgendwie keinen Bock auf Commander, ich will irgendwie was anderes spielen, eine neue Richtung ausprobieren. Ähm, manchmal ist es vielleicht das Ding, hey, wenn ich mir das Commander-Deck bauen möchte, was ich gern wollte, das ist mir zu teuer, ich möchte mir was anderes suchen. Oder ich bin im Lockdown und hab irgendwie nicht die Möglichkeit, das Format zu spielen, was ich gern spielen möchte. Oder mir ist einfach langweilig, weil ich jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, fünf Jahren nur noch Commandere oder was auch immer, welches Format auch immer ich spiele. Oder ich möchte nicht mehr kompetitiv spielen und deswegen suche ich mir ein anderes Format aus. Und, ja, Casual Play heißt spielen, ausprobieren, Spaß haben. Und ich hoffe, mit denen ein paar Tipps und den paar Ideen, die wir euch jetzt vorstellen werden, ist vielleicht auch was für euch dabei, was ihr noch nie ausprobiert habt. Und, äh, ja, vielleicht versucht ihr was davon. Genau, also wir haben auch vieles davon noch nicht ausprobiert. Ähm, vieles schon, aber manches auch nicht, sagen wir mal so. Ähm, und ihr werdet auch feststellen, das sind auch teilweise Formate, die von Wizards gekommen sind oder Spielvarianten, die von Wizards gekommen sind. Also wir haben uns jetzt nicht umgesetzt und 20 eigene Spielvarianten kreiert. Aber wir versuchen trotzdem ... Ja, aber es sind ein paar dabei, die wirklich so einzelne Leute erfunden haben. Genau. Die aus Schnapsideen herausgeboren sind und so. Und wir versuchen auch bei den Formaten, die wir vorstellen, die von Wizards offiziell kommen, vielleicht noch mal so einen kleinen Hinweis immer zu geben, wie man das auch selber noch adaptieren kann, ähm, erweitern kann oder auch ein bisschen umstricken kann. Also das sind, sind ja teilweise keine großen Veränderungen in den Formaten drin, sondern einfach so kleine Zusätze, wo man auch sagen kann, okay, wenn man da ein bisschen mal sich mit Freunden hinsetzt, kommt man da auch auf Varianten davon, die man dann auch selber etablieren kann. Genau. Und, äh, ja, würde ich sagen, genug der Vorrede. Fangen wir mal an, oder? Los geht's, Martin. Stell mir doch mal was vor. Ich stell mir mal was vor, was dieses Jahr rausgekommen ist. Also wir gehen noch gar nicht so weit zurück. Ähm, ist erst vor kurzem tatsächlich käuflich erwerblich, äh, erhältlich gewesen. Käuflich erwerblich erhältlich. Ähm, und zwar ... Und hoffentlich bald wieder. Und hoffentlich bald wieder. Genau, wir sprechen von Jumpstart. Eine neue Art, Magic zu spielen, hat Bizaz gesagt und trifft auch zu. Ähm, ja, was ist Jumpstart? Jumpstart sind, ähm, halbfertige Decks in einem Booster. Äh, das Ganze funktioniert so, man hat quasi Booster, das sind aber jetzt nicht, ähm, wie man sonst kennt, einzelne Karten, 15 Karten unterschiedlicher Rarität drin, sondern es sind immer 20 zusammengehörige Karten in einem Booster. Und das Ganze nennt sich Themenbooster. Ähm, es gibt Themenbooster, die nennen sich Cats zum Beispiel. Also es sind katzenartige Karten drin. Ist ein rein englisches Set, muss man glaube ich auch dazu sagen, dass es nicht auf Deutsch rausgekommen ist, sondern nur auf Deutsch. Genau. Deswegen hab ich mit was Einfachem angefangen wie Cats. Oder Dogs. Dogs gibt's auch. Es gibt aber auch so abstrakte Sachen wie... Doktor. Doktor gibt's. Doktor gibt's. Es gibt, äh, Lightning. Also insgesamt gibt's 20 unterschiedliche Themen. Und, ähm, nee, 46 Themen. Und die kann man dann auch schön zusammensetzen, finde ich immer, ne? Dann kann Phyraxian Doktor spielen zum Beispiel. Genau, weil der Trick ist nämlich, man macht nämlich zwei von diesen Boostern auf, hat dann drinnen nochmal in Cellophane verpackt, ähm, eben diese einzelnen Halbsets, Booster, und kombiniert dann immer zwei, entweder zufällig oder nach, äh, ja, nach Regeln, die man sich vorher selber gesetzt hat, also macht zum Beispiel drei Booster auf, wählt dann eins aus und dann macht man nochmal drei Booster aus, wählt wieder eins aus und hat dann eben zwei 20 Karten, äh, Booster, die man zusammenscht und hat dann ein 40 Karten Deck. Länder sind da alle schon mit drin, auch jeweils ein spezielles Land, das, ja, sich an dem Thema orientiert, das das Halbdeck hatte, also gibt's ein Katzenland oder, äh, ein Hundeland dann eben. Und einen Phyraxianischen Sumpf, infyraxianisch beschrieben, eine der teuersten Karten aus dem Set, ein Sumpf, basic. Ja, und leider ist immer nur eine drin, also da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass dann wirklich alle Basics dann in dieser speziellen Art sind, aber gut, ist zumindest eine drin. Und, ähm, ja, wie gesagt, gibt's eben 46 verschiedene Themen, die auch nochmal in Variation zu finden sind, das heißt, ähm, es gibt insgesamt 121 verschiedene Booster und das macht insgesamt möglich 210 Kombinationsmöglichkeiten, also wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, weil's dann eben innerhalb dieser Themen auch eine Variation gibt, aber 210 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, sagen wir mal, Lightning Doctor oder Doctor Dinosaur kann man dann eben bilden. Der Goblin-Doktor. Ja. Der Rainbow Goblin. Und das ist, und viele haben es natürlich auch gesagt, wo dieses Set rausgekommen ist, das orientiert sich natürlich an einem anderen Spiel, was, ähm, ja, vor ein bisschen längerer Zeit schon erschienen ist, und zwar ein Spiel von Richard Garfield, dem Erfinder von Magic. Der hat nämlich Keyforge rausgebracht, was eben genau mit dieser Idee, ähm, spielt. Bei ihm ist es noch einen Schritt weiter, er nennt es Unique Deck, also jedes Deck kommt quasi fertig in einem, ja, Booster oder in einer Papphülle bei Keyforge, und das gibt's nur einmal, das sind zwar immer die gleichen, die gleichen Karten, die halt in diesem... Der gleiche Kartenpool, ne? Der gleiche Kartenpool, aber immer unterschiedlich zusammengesetzt und auch unterschiedlich stark, und, ähm, da wird halt die Rarität quasi auch so ein bisschen, ähm, über die, über die Zusammensetzung der Karten geregelt. Und die Idee war einfach, ein Set zu haben, was man sofort losspielen kann, wo man vielleicht auch so ein bisschen diesen, ja, Limited-Charakter hat, weil man hat dann eben dieses 40-Karten-Deck, ähm, wo jede Karte nur einmal oder vielleicht auch zweimal, aber nicht mehr, mehr oft drin ist, und eben durch diese Kombinationsmöglichkeiten schnell ein Deck entsteht, dass man sofort gegen jemand anderes spielen kann, ohne halt diesen Deckbauaspekt zu haben. Und, äh, ja, die Idee fanden wir beide schon, wo wir es gelesen haben, ganz toll, und, äh, haben lange gewartet, bis wir es dann nochmal endlich in den Händen halten konnten. Ich hab jetzt letzte Woche meine ersten zwei Booster mal aufgemacht, hab aber viel auf Arena schon da mitgespielt. Also mein Deck auf Arena war, ähm, Basri Above the Clouds, ähm, und das hab ich sehr gerne und sehr lang gespielt, diesen Sommer. Hm, ja, lass uns mal, ähm, endlich mal gegeneinander antreten. Also ich hab's ja auch, ich hab ne Box, durfte die auch schon öffnen, und hab jetzt, glaub ich, dreimal so gespielt, in, in unterschiedlichsten Konstellationen. Und ich muss sagen, es funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Das, was es machen soll, macht es. Man hat ein bisschen Spaß beim Öffnen, weil man kann durchaus auch Value ziehen, ne, so. Ähm, man, man muss nichts vorbereiten, wirklich gar nix. Ich hatte einen Kumpel zu Besuch, wir hatten quasi null Zeit, ähm, schnell die Booster hingeschmissen, weil der schon ewig nicht gespielt hatte, aufgerissen, zusammengemischt, losgespielt. Und wir hatten ein richtiges Spielerlebnis. Es ist einfach richtiges Magic, und das, es fühlt sich genauso an. Und es macht total, macht totale Freude. Und was ich besonders toll finde, ist halt, der Wiederspielwert ist hier sehr, sehr groß. Also du kannst dann danach die Decks, äh, oder die Halbdecks wieder einfach zusammen, äh, nehmen. Tust die, tust die gesondert weg. Und wann immer du jemanden zu Gast hast, der mal Magic spielen will, nimmst du einfach deine, wenn du deine Box aufgemacht hast, deine, wie viele sind drin, 36, um die 30, 24, irgendwie so, legst du vor ihm hin, sagst du, hier, nimm dir zwei, ich nehm mir zwei andere, wir mischen zusammen und spielen gegeneinander. Also Jumpstart Cube. Genau, ist wie so ein, wie so ein Brettspiel-Cube, äh, für Magic. Und, äh, eigentlich eine tolle Idee für, auch so ein, ja, Wiederspielwert. Äh, im Set. Ich würde gerne eine Karte aus dem Set vorstellen. Genau, ich wollte noch kurz davor sagen, es sind, äh, achso, ja, sorry. Es sind 500 Reprints im Set und 37 neue Karten. Ähm, und die 37 neue Karten sind natürlich immer die Karten, auf die man zuerst guckt. Und, äh, genau, wir haben uns jetzt beide mal eine Karte rausgesucht. Ich weiß nicht, ob deine eine von den 37 neuen ist. Ähm, genau, aber erzähl mal, welche du jetzt besonders toll fandest aus Jumpstart. Das ist Aeneas the Gale Force. Der kostet drei und zwei blau, ist eine vier, vier legendäre Kreatur, ein Djinn, der fliegt und hat eine aktivierte Fähigkeit für zwei und ein Hybrid-Mana, blau-weiß. So kann also als blau-weißer Commander eingesetzt werden. Bekommen angreifende, fliegende Kreaturen, plus eins, plus eins, bis zum Ende des Zuges. Und, äh, immer wenn, äh, drei oder mehr Kreaturen, die ich kontrolliere, angreifen, die fliegen, dann, und das muss ich jetzt mal kurz auf Englisch vorlesen, Each player gains control of a non-land permanent of your choice, controlled by the player to their right. Also, du bestimmst von jedem Spieler eine Karte und alle, alle, jeder Spieler gibt dann diese Karte zu seinem linken Nachbarn weiter. Und das wandert ein bisschen rum. Und warum ich die ausgewählt habe, ist ein ganz, ganz tolles Deck-Tag, das werden wir verlinken in den Shownotes von dem Channel, äh, One More Mana. Eins der witzigsten Deck-Tags, oder eins der absurdesten, äh, Decks, die ich je gesehen habe. Denn das ganze Ziel dieses Decks ist, möglichst viel Unruhe am Tisch zu stiften. Das ist ein Commander-Deck, was die, was sie damit entworfen haben. Und die folgen sehr, sehr geradlinig dieser Idee, dass die Karten über den Tisch fliegen, aber auch so, dass man sich einen gewissen spielerischen Vorteil davon verschafft, um das Spiel dann letztlich auch gewinnen zu können. Äh, wir verlinken das, zieht euch das rein. Und allein deswegen ist das eine meiner Highlight-Karten, die neu in diesem Set erschienen sind. Hast du auch eine, Martin? Ich wollte nur ganz kurz sagen, die ist jetzt, ja, hab ich, äh, kommt gleich. Das ist jetzt natürlich eine Karte, die ist jetzt nicht so Lockdown-geeignet. Ähm, da muss man jetzt schon ein bisschen fair sein. Aber jetzt komme ich mit meiner Idee von PDF-Commander nochmal ganz kurz um die Ecke. Geist, wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Das stimmt. Das ist auch eine gute Spielvariante. PDF-Commander, wenn ihr Decks habt, die, äh, darauf ausgelegt sind, dass ihr Karten weitergebt oder dass, ähm, Karten um den Tisch wandern, dann macht's doch so, schickt einfach vorab, ähm, eure Playgroup, ein PDF, äh, mit, ähm, ja, Proxys von euren Karten, die ihr spielt. Die können die sich dann ausschneiden und das macht's dann ein bisschen einfacher, dass die dann quasi euer Deck nochmal als, äh, ausgedruckten Kartenstammel daneben haben und dann einfach die Karten dann so ins Bild halten können. Ähm, das macht's dann wirklich einfacher als jetzt, äh, immer zu erklären, was die Karte macht. Man muss es, glaub ich, kurz erklären. In der letzten Folge hab ich ja schon erwähnt, dass eine meiner Lieblingskarten aus Commander Legends der Blim ist, wo man eben Permanence von sich an andere Spieler verteilen kann. Und zu Martin sagte ich eben, dass ich noch eine Weile Zeit habe, diesen Commander zu bauen, weil wir ihn eh erst nach dem Lockdown spielen können. Und dann meinte er, nö, schick doch, eben, mach das doch eben so, wie er es gerade beschrieben hat. Ähm, und dann dachte ich, stimmt. Und jetzt hab ich große Lust, den möglichst schnell zu bauen, um das auszuprobieren. Denn wenn der Lockdown nicht mehr da ist, wirkt's sehr seltsam. Aber auch da ist natürlich ein super Service, wenn du sagen kannst, hier, nimm mal diesen Stapel von zugeschnittenen Karten, du wirst sie brauchen. Also, Ineas, ähm, illustriert von Livia Prima, wollte ich noch sagen. Okay, schön. Und Martin, du hast eine Karte auch, du hast auch eine Karte rausgesucht, oder? Ich hab auch eine Karte rausgesucht. Und meine Karte ist Branching Evolution. Äh, ist ein Enchantment und sagt, immer wenn ein plus eins plus eins Counter auf eine Kreatur gelegt werden würde, von mir, ähm, dann lege ich doppelt so viele drauf. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden, weil das klingt so nach Doubling Season, das klingt nach Parallel Lives, das klingt, äh, ja, nach Sachen verdoppeln. Und, ähm, ja, ist auch entsprechend schon wieder bei 12,15 Euro steht hier. Also, diese Karten sind immer sehr, sehr begehrt, aber natürlich für mich, äh, für meinen Peon-Tool-Feedex sehr, sehr erstrebenswert. Und auch eine tolle Illustration hier von Tomasz Jedruszek. Ähm, ja, ähm, eine sehr idyllische Landschaft, wo, ja, die ... Zähl ruhig auf, was da für Tiere sind. Ich finde, das sollte man mal erwähnen. Ähm, ein zweiköpfiger Vogel, ein zweischwänziger Panther. Eine zweiköpfige Schlange, in vier Ohren der Hasen. Ja. Dann der, der viergeweige, oder der, der doppeltgeweige Hirsch, wenn man das geweig so sagen kann. Dann sieht man noch so klein, ich glaube, das sind zweischwänzige, ähm, sag schon, äh, Eichhörnchen. Und vierbeinige Flamingos. Die können dann auch gut auf zwei Beinen dann stehen, endlich mal. Ah, so schön. Und, ähm, 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 Flavortext ist, äh, ich übersetz mal, ist es Wasser? Sind es die Sterne? Was immer es ist, irgendwas Unglaubliches passiert hier, sagt Eris, Zoologe, in seinem Tagebucheintrag. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Eris, der Zoologe, bald mal eine eigene legendäre Kreatur bekommt, wie, ähm, Gormul Drak, der, äh, Amphibienjäger. Mhm. Ach, meinen Sie so eine Doubling-Season auf einer Kreatur? Nee, aber dass man einfach diesen Eris noch mal sieht, äh, als Zoologe, wie er da, äh, völlig, äh, konfus durch diese wilde Landschaft, äh, stolpert. Mhm, mhm. Genau, also das war meine Karte aus, äh, Jumpstart. Und, äh, Jumpstart war unsere erste Spielidee für euch. Du, Jumpstart beruht natürlich auch auf, ähm, der Idee der Packwars. Die kennt man vielleicht, also Booster-Battles kann man da auch sagen. Jeder, also zwei Spieler, zwei Spielerinnen, jeder reißt einen Booster auf und tritt damit gegeneinander an. Und es gibt davon eine ganz, ganz tolle Spielvariante, die ich entdeckt habe, und zwar Turbo, Turbo Packwars. Ja, die klingen erst mal martialisch und ich fühle mich auch, als würde ich in so einem, äh, ähm, in so einem Nescar sitzen irgendwie und, und, äh, mit meinen Magic-Karten durch die Gegend cruisen. Turbo Boost. Also, ich erklär, ich erklär mal kurz, wie es funktioniert. Es ist natürlich relativ simpel, weil es wenige Karten sind, aber birgt doch einen gewissen Spielreiz, im Unterschied zu den anderen Booster-Battle-Varianten, die ich kenne. Jeder Spieler kriegt einen Booster, reißt den auf, hat damit dann eben 15 Karten, und dann beginnt eine kleine Vorbereitungsphase, und zwar nimmst du deine 15 Karten, Martin, und verteilst die zu je drei Karten auf fünf Häufen. Mhm. Ja, du kannst dir aussuchen, welche Karten auf welchem Haufen liegen, ne? Du suchst sie, du schaust dir die alle an. Und, ähm, anfangen darf der, der zuerst seine Karten fertig sortiert hat. Das heißt, es gibt einen kleinen Anreiz, auch schnell zu sein. Und dann wird gespielt Haufen gegen Haufen. Du nimmst einen Haufen, ich nehm einen meiner drei Karten Häufen. Du ziehst sofort alle drei Karten, das ist deine Starthand. Und jeder hat, äh, fünf Leben zu Beginn dieses kleinen Spiels. Man verliert natürlich nicht dadurch, dass man keine Karten aus der Bibliothek mehr ziehen kann. Mhm. Äh, jeder Spieler hat unendlich viel Mana. Und man spielt quasi Best of Three. Das heißt, man spielt diese fünf Häufen durch, und wer davon die meisten gewonnen hat, der hat dann den, den Turbo-Pack-War gewonnen. Es gibt durchaus einige Varianten, wo es zu einem Unentschieden kommen kann. Äh, deswegen spielt man quasi alle, alle fünf durch, beziehungsweise wer zuerst drei gewonnen hat. Ja, und das ergibt natürlich ganz, ganz eigene, ähm, ganz eigene, äh, Strategien, Synergien, Karten. Wenn du halt so eine Lava-Axt auf der Hand hast, die einem Spieler mal fünf Schaden zufügt, dann heißt das halt für dich ein automatischer, ähm, Spielgewinn. Zum Beispiel, ja. Ah ja, stimmt, weil der ist ja sofort bei null Leben. Richtig, ja, genau. In-Sorcery-Speed, ja. Also nur in der Geschwindigkeit einer Hexerei. Kein Instant, aber, aber immerhin. Also, das fand ich ganz spannend. Werde ich definitiv beim nächsten Mal Booster-Cracken ausprobieren. Ich kenn noch eine Wache. Hast du schon mal so ein Booster-Battle ausprobiert? Ich hab das schon mal gespielt, tatsächlich. Diese Variante? Ja, mit meiner Freundin hier. Ach, cool. Mit Sendikar-Boostern. Da ist es ein bisschen schwierig mit den Double-Faced-Cards. Muss man vielleicht mit Sleeves arbeiten. Und wir haben eine Variante gespielt, wo wir es tatsächlich so gemacht haben, dass jeder dann quasi den Haufen des anderen bestimmt, mit dem er jetzt spielen muss. und dann in den folgenden Runden der Verlierer dann immer zuerst wählt. Waren die Häufen offen? Nee. Also ich wähl quasi dein und du wählst meinen, dass man auch so ein Zufallsprinzip mit drin hat. Hm, okay. Aber ist das nicht ein bisschen egal, wenn eh alle Karten verdeckt sind? Äh, ja. Aber du könntest ja zum Beispiel sagen, okay, ich starte auf jeden Fall mit meinem Stärksten oder so. Und so ist es vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Mhm, okay. Ja, klar. Warum nicht? Also war auf jeden Fall lustig. Kommt dann auch manchmal zu so Situationen, wo man denkt, gut, ziehe drei Karten hab ich dann. Oder ... Ja. Gibt halt ein paar tote Karten, logisch, ne? Also die ganzen Karten, die dich andere Karten ziehen lassen, die sind halt Quatsch. Aber viel Spaß aus einem Booster, das stimmt. Nee, also hab ich schon mal probiert und auch kann ich empfehlen. Ja, wunderbar. Schnelles Spiel, kurze Erklärung. Auf jeden Fall mal ausprobieren beim nächsten Mal. Dann komm ich zu einer neuen Variante. Und die nennt sich Plane Chase. Haben vielleicht manche von euch schon mal gehört. Gab's mal, früher schon, hat Wizards tatsächlich eigene Decks verkauft, Plane Chase. Und dann vor ein paar Jahren auch so als Anthologie, wo sie noch mal, ja, ein paar Sachen dazu zusammengefasst haben. Was ist denn Plane Chase? Ihr wisst ja vielleicht, ihr seid ja Planeswalker in der Welt von Magic. Das heißt, ihr wandelt zwischen den Planes. Und in jedem Set besuchen wir eine andere Plane. Und es gibt auch ganz viele Planes, die wir noch nicht besucht haben. Und Plane Chase spielt jetzt so ein bisschen mit dieser Idee, dass wir eben während eines Spiels durch verschiedene Welten reisen. Und diese Welten werden symbolisiert durch große Magic-Karten. Ihr kennt vielleicht die Commander-Riesen-Karten, die in jedem Commander-Deck mit dabei sind, die man dann in die Ecke legt, weil man sie nicht spielen kann. Die gleiche Größe haben eben auch diese Planes, die eben in diesen Plane Chase-Decks oder Produkten mitkommen. Und da sind eben Welten drauf abgebildet oder Orte auf Welten. Und diese Plane Chase ist jetzt eine Multiplayer-Variante, also eine Mehrspieler-Variante für drei bis sechs Spieler, in der jeder gegen jeden spielt. Und in der ursprünglichen Version ist es so, dass man eben ein, ja, Constructed Magic-Deck hat, also in der Regel mit 60 Karten. Aber wir kommen später auch noch dazu, das geht auch mit anderen Formaten, wo man halt ein Constructed-Deck spielt. Also Commander sei jetzt hier schon mal vorweggenommen, geht natürlich genauso. Und dann hat jeder Spieler noch ein Welten-Deck mit mindestens zehn Welten-Karten. Und diese Welten-Karten, die werden eben auch wie normales Deck gemischt und die liegen dann quasi, ja, neben deinem normalen Deck. Und ich mache mal ein Beispiel für so eine Welt, was das sein könnte. Und zwar gibt es zum Beispiel die Welt Academy at Tolaria West. Also es ist quasi, ja, Tolaria, die bekannte Zauberschule auf Dominaria. Das Plane ist dann eben auch Dominaria. Und die Academy of Tolaria West macht At the beginning of your end step, if you have no cards in hand, draw seven cards. Das ist schon mal toll. Und hat noch einen zweiten Modus. Da steht, whenever you roll chaos, discard your hand. Und das ist nicht so toll. Und du fragst dich sicher, was ist denn Chaos? Und wie würfel ich denn Chaos? Hey, Martin, wie würfel ich denn Chaos? Frag ich mich gerade. Gut, dass du fragst. Weil irgendwie müssen diese Welten-Karten ja auch ins Spiel kommen. Und das passiert über diesen Welten-Würfel, der da auch mit dabei ist. Das ist einfach ein sechsseitiger Würfel. Der hat auf vier Seiten nichts. Auf einer Seite hat er das Planeswalker-Symbol. Und auf der anderen Seite hat er das Chaos-Symbol. Und ich kann quasi immer in meinem Zug, wenn ich eine Hexerei spielen könnte, kann ich mich entscheiden, den Welten-Würfel zu würfeln. Das kann ich so oft machen im Zug, wie ich will. Beim ersten Mal bezahle ich kein Mana. Und bei jedem folgenden Wurf zahle ich ein Mana, ein beliebiges. Und beim zweiten dann zwei und so weiter. Aber ich kann so oft würfeln, wie ich Mana habe oder eben möchte. Und wenn ich jetzt eben nichts würfel, dann passiert auch nichts. Und wenn ich den Plaspen, Planeswalker-Symbol würfle, dann kann ich eine Weltenkarte von meinem Welten-Deck aufdecken. Und dann tritt eben dieser Effekt in Erscheinung. Meistens ist es so ein Enchantment-Effekt, also wirklich so ein World-Enchantment, wie es es früher gab. Und das betrifft dann eben alle Spieler. Und von den Regeln ist es dann so, dass auch wenn ich meinen Zug abgebe, die Kontrolle über die Welt an den nächsten Spieler weitergeht. Also in seinem Endstep würde er dann sieben Karten ziehen. Er kann sich aber genauso gut entscheiden, auch zu würfeln. Und wenn er eine Welt aufdeckt, dann deckt er von seinem Stapel eine auf und dann gilt diese Welt. Und bei Chaos passiert dann eben der zweite Effekt auf der Karte. Der ist meistens nicht ganz so gut. Hier muss man eben seine Hand diskarten. Genau. Und so reist man dann eben durch die Welten. Das sind, wie gesagt, Effekte, die mal gut, mal weniger gut sind, je nachdem, wie man vielleicht auch sein Deck gebaut hat. Deswegen kann man sich auch diese zehn Weltenkarten dann eben so zusammenstellen, wie es für einen selber passt. Und ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Variante. Ich habe das mal gespielt mit einem Freund. Wir haben das, glaube ich, mit Commander-Decks gespielt. Dann auch in der Variante, wo man dann eben, wo nicht jeder eben seine zehn Weltenkarten hatte, sondern wir hatten ein Deck quasi in der Mitte. Da waren alle Welten drauf. Und dann haben wir immer von oben rumgedreht, wenn die Welt gewechselt wurde. Das heißt, niemand konnte sich so richtig drauf einstellen mit seinem Deck, aber dieser Zufallseffekt war eben auch ganz toll. Weiß nicht, hast du es schon mal gespielt, Plane Chase? Ja, ja, ja. Wir haben das aber sozusagen nicht nach den Regeln hier gespielt, sondern wir haben tatsächlich nach einer ein bisschen selbst erfundenen Regel gespielt, die sich eigentlich tatsächlich auch ganz gut eignet, um sie übers Netz zu spielen, übers Internet. Und zwar haben wir nur mit einem Deck quasi gespielt, aber wir hatten die Karten nicht. Wie geht denn das? Und zwar gibt es eine Android-App, wo alle Plane Chase-Karten drin sind. Ah, okay. Und wir hatten dann einfach ein Tablet am Tisch und haben immer wieder, ja, haben quasi das, da kannst du alles triggern, so wie du das, also es ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass jeder dann von sich so ein digitales Gerät hat, um diese Plane Chase-Karten eben nutzen zu können. Aber man könnte es gemeinsam gut spielen, indem man sozusagen dann sein Handy das einfach mit, ähm, das Bild mit übertragen lässt übers Netz. Und dann können das alle gleichermaßen gut sehen. Und so haben wir Plane Chase gespielt. Tatsächlich relativ viel. Und das hat auch Spaß gemacht, war aber zum Teil ein bisschen, ein bisschen zu chaotisch manchmal. Das lag aber ein bisschen an der Zusammensetzung der, der SpielerInnen, der Decks. Ja. Du hast es aber mit Karten, mit Papierkarten gespielt, ne? Genau, also der Freund hatte dann diese Plane Chase Anthology und der hatte dann eben diese, da sind auch so vier vorgefertigte 60-Karten-Decks dabei, mit denen wir dann am Anfang gespielt haben, die so ein bisschen abgestimmt sind auf die Welten, die in der Box drin sind. Aber irgendwann haben wir es dann auch mal mit Commander-Decks gespielt und war mega lustig. Und ich hab heute noch mal geguckt, diese Planes sind auch irgendwie spottbillig. Die teuerste kostet irgendwie ab drei Euro und alle anderen darunter irgendwie im Cent-Bereich. Also wenn man sich da jetzt wirklich alle Planes kaufen wollte, die es gibt, da kommt man, glaube ich, mit relativ wenigen Euro sehr, sehr weit. Und dadurch, dass das irgendwann auch aufgehört hat, dass Wizards eben Planes entworfen und verkauft hat, fehlen auch so ein paar neuere Welten. Also so Kaladesh oder so hab ich zum Beispiel nicht gefunden. Aber wenn man da kreativ ist, kann man sich ja auch einfach sagen, okay, ich denk mir jetzt ein Plane für Kaladesh aus und spiel es dann damit. Oder denk mir jetzt irgendwie Welten aus, die ich gerne noch besuchen würde. Ich hab aber bei der Recherche einen gesehen, der ziemlich so aussieht wie Kaladesh. Steht noch nicht Kaladesh drauf. Ah, okay. Dann gibt's das jetzt vielleicht schon? Egal, ich hab mir vorhin mal alle angeschaut und hab, also man muss ja diese Karten einfach dafür loben, dass sie riesig sind. Ja, und wirklich die Größe auch ausnutzen. Die Größe ausnutzen und riesengroß die Illustrationen zeigen. Und wie ihr wisst, wir lieben Illustrationen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Illustrator vorzustellen, den wir tatsächlich noch nicht erwähnt haben, der aber für mich einer der besten Illustratoren ist für Magic. Und deswegen hab ich rausgesucht den Plain Geryxys. Der ist auf dem Plain Alara. Und was der macht, will ich eigentlich gar nicht erzählen. Sondern was ich erzählen will, ist, dass das Nils Ham illustriert hat. Und deswegen schaut euch das unbedingt an. Nils Ham, ich kann's gar nicht richtig beschreiben. Er hat ganz, ganz tolle Bilder. die, die, ähm, ich würde sagen, er ist der Illustrator für Schwarz-Grün. Wenn ich mir irgendwann mal ein, ein, ja, schwarz-grünes Deck baue, was einfach vor Flavor strotzen soll, dann werde ich versuchen, so viel wie möglich Illustrationen von ihm reinzupacken. Das, was er tut, das macht er natürlich auch für, für andere Karten, dass er versucht einfach sozusagen den, das Wesen der Karten, die Farben der Karten irgendwie mit, ähm, reinzubringen in die Illustration. Das ist ihm hier nicht so ganz gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil Grixis ist Blue, Black and Red sozusagen, ne, und es ist einfach eine schwarz-grüne Illustration an sich. Ähm, äh, das ist ihm aber bei anderen Karten besser gelungen. Aber dieses schwarz-grüne, das ist das, was ich, was ich ganz, ganz toll finde. Die, es leuchtet bei ihm, er malt absolut, ja, also so, man kann den Modergeruch schon richtig spüren bei den Zombies, die er malt. Man kann irgendwie den, 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 ähm, ja, den Verwesungsgestank buchstäblich greifen. Ähm, welche Techniken hier verwandt, ist mir gänzlich unbekannt. Aber was er damit macht, ist, er kreiert ein bisschen Magie in den Karten. Und das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen ist Grixis eine meiner Lieblings Planechase-Karten. Cool. Ähm, ich hab, ich war ja nie auf Alara und, äh, kenn, also, ich kenn natürlich diese Begriffe Grixis und so weiter, aber, äh, hab auch erst den Bezug zu Boros und Golgari gefunden, als ich selber Ravnica gespielt hab. Und deswegen muss ich mir erst mal überlegen, welche drei Farben sind jetzt hier gemeint. Aber wirklich mal diese Welten zu sehen, ist eigentlich schon ganz toll. Und ich hab mir grad schon überlegt, eigentlich wär's ja auch schön, wenn man in so einer Boosterbox für ein neues Set einfach immer so eine riesige, ähm, Plains-Karte noch drin hätte oder so, oder in den Commander-Decks, wenn die jetzt immer zu den Plains dazu erscheinen, statt dieser dusseligen, riesigen Commander-Karte einfach so eine Plains-Karte noch mal mit reintun. Das, das fänd ich schön. Ähm. Ja, hier strotzt natürlich Flavor und Geschichte aus diesen Karten. Ja, und eine große Illu halt von der Welt überhaupt erst mal. Das, das ist schon toll. Ich hab mir auch eine rausgesucht und zwar, ähm, bin ich da auch ein bisschen überrascht gewesen, dass es die gibt. Und zwar ist es Skybreen, das ist ein Ort auf der Plaine Kaltheim. Mhm. Also, ist schon mal irgendwo in Erwähnung getreten, Kaltheim. Ähm, und sagt einfach, dass die Spieler mit der obersten Karte in ihrer Bibliothek, äh, offen spielen. Und, äh, Zaubersprüche, die den gleichen Kart-Typ haben, mit der offenen Karte können nicht gecastet werden. Und, äh, wenn Chaos gewürfelt wird, dann verliert, ähm, ein, ein bestimmter Spieler Leben, äh, in der Höhe der Karten in seiner Hand. Ja, also eher schon eine sehr unwirtliche Welt. Da ist auch sehr viel Schnee und auf so einem vereisten Gipfel stehen auch so vier gruselige Gestalten, die mit Speeren drohen. Also, äh, ich glaub, da geht's schon so ein bisschen kämpferisch zu auf Kaltheim. Können wir jetzt, glaub ich, auch bestätigen nach dem Teaser, der heute erschienen ist. Aber es ist schön, so mal schon so, äh, vor Jahren schon mal so eine, so einen Blick in die Zukunft geworfen zu haben und dass man halt, ja, Kaltheim da schon präsentiert hat. Oder vielleicht ist auch dadurch erst der Wunsch bei den Spielern entstanden, eine Spielerin, ähm, nach Kaltheim mal zu reisen. Aber guckt euch auf jeden Fall gerne diese Plains-Karten mal an. Es sind tolle Illustrationen dabei und auch tolle Reminiszenzenzen an alte Welten, die, ja, Magic schon lange verlassen hat. Ja, Plainchase macht das Spiel womöglich ein bisschen chaotischer, deutlich flavorvoller macht es auf jeden Fall und man lernt ein bisschen was über die unterschiedlichen Plains, die man vielleicht so noch gar nicht kannte. Ja, also ich hab wieder Bock bekommen, Plainchase zu spielen. Also heute, wo ich da nochmal drüber gegangen bin, ähm, ich, ich hab wieder Bock auf Plainchase und, ähm, ja, ihr jetzt vielleicht auch. Lass uns das beim nächsten Mal probieren. Ja. Mensch, wir haben so viel vor und so wenig. Ich sag's dir. So, du bist dran. Hey, ich drafte ja super gern. Wer ich? Du draftest auch gern. Alle draften gern. Wie draftet man im Lockdown? Nicht. Lockdown, man könnte es auch das, äh, das, das, äh, das Jahr des Sealed-Magic beschreiben irgendwie. Ich hab noch nie so viel Sealed gespielt wie in diesem Jahr. Oh Mann. Ich glaube, langsam werde ich sogar ganz besser. Ich will nicht sagen, dass ich gut werde. Langsam werde ich besser. Aber ich hab Bock zu draften. Und es gibt ganz, ganz tolle Zwei-Spieler-Draft-Varianten. Und ich möchte zwei davon vorstellen und dann noch ein bisschen was allgemein zu so Draft-Varianten an sich sagen. Die gut ist für einen Spieler und die das ganze Draft-Erlebnis nochmal mehr casual und nochmal interessanter gestalten kann. Eine coole Zwei-Spieler-Draft-Variante, wo ich ein großer Fan bin und die wir viel gespielt haben, ist der Winston-Draft. Ich erklär kurz die Regeln. Jeder Spieler bringt drei Booster mit. Öffnet die, haut alle Magic-Karten, die keine, oder alle Karten, die keine Magic-Rückseite haben, raus. Also Tip-Cards, Tokens. Und dann werden alle Booster, was dann bei zwei Spielern halt sechs Booster sind, zusammengemischt zu einem 90-Karten-Stapel. Der Stapel wird in die Tischmitte gelegt und dann werden quasi drei Karten davon vor diesen Stapel gelegt, zu quasi drei Stapeln, die dann aus einer Karte bestehen. Es wird ausgelost, wer beginnt und der oder die Spielerin, die beginnt, darf dann eben, ist dann beim ersten Spiel on the draw und wer eben den zweiten Pick hat, der darf dann beim das Spielen quasi beginnen. Und dann geht's so los, ich nehm mir den ersten dieser drei Stapel vor. Ja, es gibt den großen Stapel, dann gibt's diese drei kleinen davor und von diesen drei kleinen, den ersten, die schau ich mir geheim an die Karte und dann kann ich mich entscheiden, nehm ich die Karte, dann nehm ich die einfach zu mir in meinen Pool und nehm eine neue Karte verdeckt vom großen Stapel und leg die an die gleiche Stelle. Nächster Spieler ist dran. Wenn ich die Karte sehe und denk mir so, ach, wir haben doch vergessen, die Basic Lens rauszutun, brauch ich nicht, lege ich wieder hin, dann schau ich mir Stapel zwei an. Aber bevor ich mir Stapel zwei anschaue, ähm, bevor ich mir Stapel zwei anschaue, kommt noch eine Karte vom großen Kartenstapel auf diesen ersten Stapel obendrauf. Da liegen jetzt zwei Karten. Eine, die ich schon gesehen habe, eine, die ich noch nicht kenne. Ich gucke mir den Stapel zwei an, gleiches Bezedere. Wenn ich sie nehme, nehme ich sie zu mir, wenn ich sie nicht nehme, lege ich eine weitere Karte obendrauf, gehe zum dritten Stapel und wenn ich den dritten Stapel nicht nehme, dann nehme ich mir eine verdeckte vom Nachziehstapel quasi. Komplett zufällig. So, dann ist der nächste Spieler an der Reihe und, ähm, diese Person hat dann eben womöglich mehr Karten zur Auswahl, weil die Stapel gewachsen sind. Kann sich den ersten Stapel angucken und, ja, ne, du kannst dir schon vorstellen, dass man eben bei dieser, ähm, Draftvariante eben auch ein bisschen darauf achten muss, wie viele Karten man draftet. Manchmal ist es sinnvoll, einen ganzen Stapel nicht so guter Karten zu nehmen, als immer nur auf die eine Rare zu warten oder so, ja, die eine gute Karte, die genau zu den Farben passt, die man gerade, die man gerade sammelt. Sondern man muss auch ein bisschen darauf achten, dass der Pool groß genug ist. Und bei dieser geringen, bei diesem kleinen Pool von nur sechs Boostern, da gilt es eben, ähm, offen zu sein, mehrfarbig zu spielen, dreifarbig, vielleicht sogar vierfarbig. Lässt sich gut mit Sets spielen, die eben gutes, ähm, Colorfixing drin haben, also irgendwelche Dual Lens, die für unterschiedliche Farben von Mana tappen können. Das heißt, Fixing ist wichtig. Und, ja, Kreaturen sind natürlich wichtig, auch von denen sind nicht so viel drin. Deswegen, finde, hab ich immer empfunden, ist grün eine tendenziell gute Farbe im, im Winston Draft. Es gibt auch immer wieder Forenbeiträge bei Reddit beispielsweise, wie man die unterschiedlichen Sets gut Winston Draften kann. Ah, wirklich? Und, äh, hab schön gefunden, zum Beispiel zu Commander Legends, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, wie man das eben zu zweit draften kann. Und die hatten beispielsweise die Idee, dass man die Legenden, die ja immer hinten dran sind, die hinteren beiden Karten, dass man die alle rausnimmt von den Boostern und dass man die Legenden separat in der ersten Runde draftet und dann den Rest der Karten draftet. und sie haben noch empfohlen, vielleicht vier Spieler, vier Booster pro Spieler zu nehmen. Das, ähm, muss ich sagen, also es gibt einige Leute, die stark gegen den Winston Draft sind, weil eben noch zufälliger ist, wie die Rares verteilt sind. Ja, das stimmt. Du kannst großes Glück haben und mit sechs Rares rauskommen, die alle spielbar sind und dann hast du die ganzen Bomben. Ähm, die Erfahrung zeigt, in dem Fall, dass die Randomisierung immer wieder meines Erachtens gut funktioniert, dass es in den meisten Fällen, und das ist wirklich kein Scheiß und das ist jetzt auch nur meine, meine Erfahrung, ja, ähm, dass die fast immer gleichmäßig verteilt sind und, ähm, zumindest die Rares, die spielbar sind, immer ungefähr gleich sind, dass beide Spieler, Spielerinnen dann immer, ähm, zwei, zwei Rares ungefähr überhaupt, ähm, spielen können. und das macht Spaß, es ist schnell, es ist ein Draft, es fühlt sich wirklich an wie ein Draft und, ähm, ja, klar, der kommt ein paar, mit ein paar eigenen Regeln daher, man muss sich ein bisschen drauf einstellen, es ist kein Ringdraft oder so, aber den möchte ich auf jeden Fall vorgestellt haben. Das haben wir ja auch schon mal ausprobiert, ich erinnere mich an das letzte Mal, wo wir es gemacht haben, glaube ich, im Zug nach Prag, wo wir zu diesem Turnier gefahren sind, da haben wir L-Trade auf diesem winzigen Zugtisch Gewinzen getraftet, ähm, ja, das, das war, das war lustig, also beides, die Fahrt dahin, das Spielen und natürlich auch dann das Turnier. Alles Sachen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann jetzt am Ende von 2021. Och, mit dem Zug fahren, oh man, ich bin dieses Jahr zu wenig Zug gefahren. Ich habe ja dieses, ey, ganz, ich habe ja dieses Jahr mir eine Bahnkarte, äh, erste Klasse geholt gehabt. Das können wir so stehen lassen, finde ich. Ich würde dann über den Solomon Draft sprechen. Oh Mann, ist das eine traurige Geschichte, Martin. Ja, erzähl. Erzähl vom Solomon Draft. Nächstes Jahr holen wir es alles nach. Da treffen wir uns in Zügen und Winston Draften. Zieh ich in den Zug um. Jetzt sollen ja wieder mehr Nachtzüge kommen, ne? Ey, das ist der Nachtzüge, ja, okay, erzähl vom Solomon Draft. Ich bin großer Nachtzug-Fan. Solomon Draft ist auch eine Zwei-Spieler-Draft-Variante. Wieder bringt jeder ein paar Booster mit. Wieder werden alle Booster zusammengemischt zu einem großen Stapel. Aber hier ist es so, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar, Spieler 1 beginnt damit, acht Karten vom Stapel zu ziehen. Ich glaube, zu ziehen oder aufzudecken, macht keinen Unterschied. Und dann wird quasi Effect of Fiction gespielt. Kennst du diese Karte, diese blaue Karte, drei und ein blaues? Ja, klar. Du deckst die obersten vier Karten deines Decks auf. Der Gegner, ein Gegner deiner Wahl kann sie eben in zwei Stapel unterteilen und dann darfst du dir einen davon nehmen und der Rest kommt, glaube ich, in deinen Friedhof. Oder unter die Bibliothek, in Friedhof, ist egal. Jedenfalls ist es hier so, Spieler 1 deckt acht Karten auf und packt die in zwei Stapel und dann darf Spieler 2 sich einen Stapel davon nehmen. Dann ist Spieler 2 dran, deckt die obersten Karten auf, macht ebenso zwei Stapel und dann kann Spieler 1 sich einen Stapel davon nehmen. Das heißt, auch hier ist es wichtig zu achten, habe ich genügend Karten in meinem Pool? Welche Farben trafte ich, welche Anreize kann ich geben, damit mein Gegner sich bestimmte, bestimmten, bestimmten Stapel nimmt oder eben nicht nimmt? Das ist sehr spannend, aber auch, wie ich finde, höchst anspruchsvoll, denn wir haben hier keine verdeckten Informationen. Alle Informationen sind offen, alle Karten sind offen, ich sehe alle Karten, mein Gegner sieht alle Karten, kann meine Entscheidungen nachvollziehen und das macht es schon recht komplex, aber ja, wer hat gesagt, dass Casual-Spiel nicht auch komplex sein darf? Solomon Draft. Cool, das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht, will ich auch nicht machen, mag ich nicht. Ich mag es bei Magic, dass es eben einen gewissen Grad an verdeckten Informationen gibt, deswegen bin ich auch so ein großer Freund des Winston Draftes, weil du hast ja dann sozusagen, du kennst die Hälfte des, also du kennst quasi fast alle Karten außer die oberste in einem Stapel beim Winston Draft und das ist geil, dass es immer noch so eine kleine Zufallskomponente gibt, aber du weißt schon, wenn der diesen Stapel nimmt, dann könntest du davon ausgehen, dass der die und die Farbe draftet, aber du weißt nicht, welche Karte noch oben drauf lag und vielleicht war die ausschlaggebend, dass der Stapel genommen wurde und hier ist es eben so, es ist sehr, sehr offen und ich stelle es mir chaotisch vor und komplex, ja, was soll ich anders sagen. Also du wärst eher beim Winston Draft dann, wenn man dann so ... Ja, für mich persönlich ja, aber ja, ich wollte es auf jeden Fall vorstellen, ist für erfahrenere SpielerInnen und für das Draften von Sets, die man besser kennt, sicherlich auch besser geeignet als mit einem Set, was man gar nicht kennt. Okay, probiere ich dann gleich doch mal aus. Also wie gesagt, noch nie gespielt, aber vielleicht ein Versuch wert. Noch ganz kurz, wie man seinen Draft ein bisschen aufpeppen kann, egal ob man irgendwann dann wieder zu acht einen Ringdraft machen kann oder einen Winston Draft oder einen Solomon Draft oder wie auch immer, wollte ich das einfach nicht unerwähnt lassen. Und zwar kennen vielleicht einige die Variante des verkehrten Drafts. Man draftet ein Deck, aber man draftet ganz normal eben, aber muss danach seinen Pool an einen zufälligen Gegner abgeben. Ah, cool. Das heißt, man ist bemüht, den schlechtestmöglichen Pool zu draften. Was das Spiel wiederum genauso ausbalanciert, weil wenn alle das machen, irgendwo müssen die guten Rares ja trotzdem hingehen. Nur sind das die, die halt dann zuletzt bei irgendjemand landen werden. Das ist witzig, weil es plötzlich deine komplette Denke ändert und weil es dich Zwingkarten anders zu bewerten und du guckst, was sind denn schlechte Karten und ich wette mit dir, ich hab's selber noch nicht ausprobiert, aber wenn man so, wenn man so einen Booster öffnet und man ist ein bisschen vom Draft überfordert, man ist bemüht, die besten Karten zu finden, dann hat man das Gefühl, die sind alle gut. Oder, oder man hat das Gefühl, ähm, die, die sind eben alle schlecht und ich weiß nicht, was jetzt die richtige ist und welche mich nach vorn bringt und wie auch immer. Und ich glaube, hier dreht sich das eben genau nochmal rum zu deinem, zu deiner üblichen Sichtweise, ja. Also, wenn du sonst denkst, die sind alle gut, wirst du ja denken, ja, die sind ja alle schlecht oder andersrum, dass du plötzlich denkst, das sind ja alles gute Karten, ich kann mir meinem Gegner nicht irgendwelche von diesen guten, sag mal, irgendeine schlechte Karte, hier, füge hier schlechten Kartennamen ein, ähm, geben. Ja, so ein Enchantland, du kriegst drei Leben. Da denkst du, oh, da rampt der voll raus da. Das erste Mal will man einfach nicht forcen, diesen Planeswalker zu draften. Coole, coole Idee. Stell dich mir tatsächlich witzig vor, weil du dann wirklich nochmal, äh, denkst, ich will ihm gar keine Karte geben. Ich geb ihm das Basic Land. Ja, zum Beispiel, das ist, glaube ich, das, was dann als erstes gepickt wird. Ja. Was, was wir oft gemacht haben, in der, da warst du noch nicht mit unserer Playgroup, Martin, als wir angefangen haben, Magic zu spielen und quasi noch keine Karten hatten und natürlich auch keine Ahnung und keine Ansprüche, ja, das ist ja auch der Vorteil, wenn man anfängt, dass man noch nicht die krassesten, ausgechecktesten Sachen kennt, haben wir uns auf Ebay einfach das billigste Lot an Karten rausgesucht, das waren so 10 Euro für 1000 Karten oder so, ja, haben die gekauft, die kamen dann in irgendeinem alten Booster-Display einfach reingeknallt, bisschen die bloß behandelt und haben die weggedraftet, ohne sie vorher zu sehen. Und das hat dazu geführt, dass wir, ähm, dass wir eben mit zum einen unspielbaren Karten gespielt haben, also wirklich Karten, die ganz, ganz spezielle Regeln haben, aber die eben auch so speziell sind, dass sie nicht nochmal reprintet wurden, einfach alte Karten, vergessene Karten, irgendwelche Sets getraftet haben, die wir noch nie gesehen haben vorher und so ein bisschen einen Einblick in die Welt bekommen haben von Magic und in die Vielfalt von Magic. Und das hat mir als Neuling total geholfen, weil das war einfach preiswert und gewisserweise auch lehrreich, weil wir gezwungen waren, sehr, sehr viele Regeln nachzuschlagen und, ähm, ja, man darf natürlich keine Erwartung an das Power-Level haben, aber die hatten wir als, als Spielanfänger halt auch überhaupt nicht. Witzig. Witzige Idee. Habe ich, habe ich auch noch nicht probiert. Also ich, mein erstes Set habe ich ja ganz klassisch irgendwie bei Amazon bestellt, aber jetzt so dieses, auf Ebay einfach mal so einen Kartenpool zu kaufen, das, äh, bestimmt, wieso? Sollte man, sollte man nicht machen. Über den Punkt bist du hinaus. Nee, nee. Den Rubikon hast du schon überschritten, tut mir leid. Kannst du machen, aber als ich neulich gehört habe, dass du schlechte Karten wegschmeißt, ist mir ja ganz anders geworden. Ich schmeiß Karten weg, die, äh, den Platz in meiner Wohnung. Schrottwichteln, Martin. Du hast doch selber Schrottwichteln vorgeschlagen. Wir haben das fortgeführt, und zwar nicht mit gekauften Karten, sondern, ähm, wir haben was fortgeführt, was ich, wozu es tatsächlich auch einen Namen gibt, und zwar der Name ist Reject Rare Draft oder Reject Draft. Also man, man baut sich quasi einen Schrottpool, also man, man sucht seine Sammlung, so nimmt alle Karten raus, mit denen man eh nicht spielen würde, oder die vielleicht, ähm, die man cool findet, aber die irgendwie nirgendwo reinpassen, dann bringen die alle mit zum Draften, haut die zusammen und draftet die weg. Pickt die am Ende, und das Schöne ist, dass so die Karten gesehen werden, und meine MitspielerInnen vielleicht auch ne Karte entdecken, die vielleicht in deren Corner Case, Commander Deck, dann doch reinpasst. also auch dieses, dieser Trash-Gedanke, der hier, der hier, ähm, mit, mit rein spielt. Und, ähm, ich hab tatsächlich eine, eine Trash-Karte, die wir, die wir in so einem Reject Rare Draft gespielt hatten, also, und die auch immer wieder verlost wurde, und die immer wieder den Besitzer gewechselt hat, rausgesucht. Ähm, ich hab die auch aus einem bestimmten Grund rausgesucht, aber ich stell die Karte erstmal vor, und zwar ist das, ähm, das, ähm, akroische Pferd, ist ein 4-Mana-Artefakt-Kreatur, äh, ist 0-4, Stärke und Widerstandskraft, und ein Pferd. Äh, hat noch Verteidiger, und sagt folgendes, wenn dieses Pferd ins Spiel kommt, übernimmt ein Gegner die Kontrolle darüber. Also ich bring's ins Spiel, 4-Mana, zack, ist es weg. Und dann zu Beginn meines, des Versorgungssegments, also deines Versorgungssegments, desjenigen, der diese Karte hat, erzeugt jeder Gegner, also unter anderem ich eben, der diese Karte ursprünglich mal gespielt hat, einen weißen 1-1-Soldaten-Kreaturen-Spielstein. Das spielt natürlich an auf das Trojanische Pferd. Ja, super flavorvoll. Und das ist eine unfassbar flavorvolle Karte, ja, die fanden wir schon immer mega geil, und schon immer mega unspielbar, wie auch, wie auch der Preis widerspiegelt, ja, also man kriegt die halt ab, ab einem, zwei Cent oder so. Ähm, a crow and horse im Englischen. Und ich hab ja, auch diese Folge schon erwähnt, dass ich gerade am Blim-Deck bastle, und dafür ist die natürlich perfekt. Denn Blim guckt, wie viele Karten kontrollieren meine Gegner, äh, besitzen meine Gegner, äh, kontrollieren meine Gegner in, die ich besitze, und dann müssen sie in entsprechender Anzahl Karten abwerfen und verlieren Leben. Und dafür muss nicht mal Blim angreifen und Kampfschaden zufügen. Also die werde ich definitiv bald spielen können, und ich bin so glücklich drüber, dass sie endlich einen Platz gefunden hat. Zeigt aber eben auch, dass, ähm, Schrott superrelativ ist. Ja, also was des einen schrottisches, schrottiges, akroisches Pferd, das ist des anderen, ähm, ähm, Freude. Und die, die größte Freude ist dabei eben die Illustration von Zepp. Natürlich, der war auch wieder in diesen Sendungen reingeschmuckt. Und wieder hat er Einzug gefunden in eine Folge, ja. Er darf nicht fehlen, wenn man über Magic spricht. Jetzt muss ich mir überlegen, also so eine schrottige Karte, ähm, also mir fällt ja immer sofort ein, äh, eins mit dem Nichts, äh, für ein schwarzes Mana, Spontanzauber wirft die Karten auf deiner Hand ab. So, mehr Text kommt nicht. Also, wenn du mal ein schwarzes Mana übrig hast und, äh, denkst, jetzt noch schnell einen Spontanzauber und mal alle Karten abwerfen, dann eins mit dem Nichts. Das, das fällt mir immer so ein, also, ist für mich eine unspielbare Karte. Also, ich hab noch nicht die, das Deck gefunden, wo ich die spielen möchte. Ähm, Flavortext sagt, wenn nichts bleibt, ist alles gleichermaßen möglich. Da hat die Karte sicher recht. Das können wir uns so stehen lassen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Deck, das stell ich, das stell ich irgendwann, das stell ich beim nächsten Mal vor, was dafür sorgt, dass du innerhalb eines Zuges das Spiel nicht nur verlierst, sondern alle Karten aus deiner Hand entfernst, aus dem Friedhof entfernst, aus der Bibliothek entfernst, aus dem Spiel entfernst und deine Lebenspunkte auch noch entfernst. Das klingt lustig, da können wir mehrere Spiele wahrscheinlich an einem Abend durchkriegen. Ja, das kann man auch allein spielen, dann gegen sich selber. Ich wollte noch was erzählen zu der besonderen Situation, in der wir uns gerade alle befinden, im Lockdown oder auch generell vielleicht, wenn man weiter entfernt voneinander lebt und trotzdem eine von diesen Draftvarianten ausprobieren möchte, die du gerade beschrieben hast oder auch einen ganz klassischen Draft machen möchte oder klassisches Sealed über die Ferne. Ich gucke ganz gerne Ryan Spain zu, das ist ein Streamer, schon ein bisschen älter, also vielleicht so ein bisschen älter als ich. Noch älter, man. Ja, ganz, ganz, Quatsch. Nicht ganz alt, aber er arbeitet nicht mit so vielen schnellen Schnitten wie diese jungen Streamerinnen. Und der hat ursprünglich mal an Arena mitgearbeitet, hat auch mit Marshall Sutcliffe ursprünglich mal Limited Resources ins Leben gerufen und streamt jetzt unter seinem Kanal Going Optimal Limited auf Arena und macht das ganz toll. Ich lerne da sehr viel, ich lerne da sehr viel über die Sets, ich lerne sehr viel dran, wie man da rangehen kann. Und der macht einmal die Woche macht er mit seinen Followern etwas, das nennt er dann irgendwie den Chat Gauntlet. Das heißt, er draftet offline mit denen, also in Anführungszeichen offline und spielt dann online auf Arena gegen die. So, wie macht er denn das? Und zwar gibt es eine Website, mtgadraft.herokuapp.com, die verlinken wir auch. Und die ist ganz toll, da kann man nämlich einstellen, mit wie vielen Spielern man draften möchte, welches Set man draften möchte. Man kann auch einstellen, man möchte zu zweit meinetwegen einen Winston-Draft machen. Und dann spielt man dann quasi einen Draft durch. Das heißt, jeder sieht immer nur die Karten, die weitergegeben werden oder die offen für ihn sind. Man draftet es und kann sich dann am Schluss nach dem Draft das Deck exportieren und dann auch wieder in Magic Arena importieren. Man hat dann quasi ein Deck und die Voraussetzung, dass man das jetzt dann online spielen kann, ist natürlich, dass man dann auch die Karten auf Arena zur Verfügung hat. Also es macht am meisten wahrscheinlich Sinn, wenn man so ein bisschen Arena regelmäßig spielt und dann so ein paar Karten schon geöffnet hat aus dem aktuellen Set oder sich welche craften kann. Aber wenn man das dann machen kann, ist das eigentlich eine schöne Idee, weil man dann quasi in seiner Achterrunde so einen Draft machen kann und dann sich über die Freundescodes vernetzen kann auf Arena und dann die Decks auch gegeneinander spielen kann auf die Ferne. Und das ist eigentlich eine schöne Idee. Haben wir es leider noch nicht ausprobiert, würde ich gerne mal irgendwann ausprobieren, weil so ein Achter-Draft ist jetzt gerade sehr, sehr schwer möglich und auch manchmal sonst schwierig, weil halt Leute irgendwie verhindert sind. Aber man kann dann eben auch so zeitunabhängig voneinander dann die Matches austragen. Klar, Arena ist eh die Empfehlung während des Corona-Lockdowns. Aber da die so offensichtlich ist, sprechen wir einfach nicht drüber. Wobei, hiermit haben wir es ja doch getan. Genau, und das bringt halt so ein bisschen diesen Freundeskreis wieder mit nach Arena, weil man kann ja nach wie vor ja nicht in einem Freundeskreis den Draft auf Arena machen, sondern muss das halt an anderer Stelle tun. Und bevor man dann jetzt halt Booster durch die Gegend schickt und halb geöffnete Booster mit 14 Karten in so einem Briefschach-mäßigen Ringzirkel rumbringt, macht man es vielleicht gerne so. Am Ende des Jahres haben wir es dann geschafft. Da muss man sich die Portokosten mal ausrechnen. Wie viele Picks hat man? 45? Ja. 45 Picks. 45 Euro. 80 Cent. Ja, das kann ich leider nicht machen. Ich zocke zu wenig Arena. Mein Kartenpool dort ist viel zu klein. Und man kann sich halt leider keine Karten kaufen. Man muss die sich halt craften und das muss man halt erspielt haben. Klar, die wollen natürlich, dass man das halt auf der Plattform verbringt. Aber also wenn ihr viel Arena-Karten schon habt und Sendika läuft ja jetzt schon ewig. Also ich glaube, ich habe jetzt fast jede Karte einmal aufgemacht durch das Zocken. Kann man sich dafür so ein Limited-Format, brauchen wir ja meistens nur eine von jeder, schon ein ganz gutes Draft, einen ganz guten Draftpool zusammenstellen. Genau, das war noch eine kleine Ergänzung zu den Drafts, zu den Draft-Varianten, die du erwähnt hast. Cool. Ja, dann lass uns bald mal Winston, Winston draften, mal wieder. Ja, man kann auch Unstable Winston draften. Habe ich gerade nochmal geguckt. Also. Na klar, warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? Fettstack heißt die nächste Spielvariante. Hast du die schon mal gehört? Nee, ich kenne Fettpack. Ja. Und ich kenne Wettpack. Gibt es aber auch nicht mehr. Heißt jetzt Mandel. Also Fettstack spielt man zu zweit. Also ist wirklich auch Corona-Lockdown geeignet. und ist vor allen Dingen insofern gut für Neulinge des Spiels geeignet, als dass ein Spieler keine Karten mitbringen muss. Das Ganze funktioniert so, man bereitet sich quasi zwei Kartenstapel vor, die sozusagen als eine Bibliothek für alle dienen. Ja, also man hat quasi zwei Bibliotheken, die aber für alle zur Verfügung stehen. Und das Besondere ist es, dass der eine Stapel, die eine Bibliothek, nur Karten enthält, die quasi Mana erzeugen können. Also man hat Länder, man hat aber auch sowas wie den Schwarzen Ritus oder den Paradiesvögel oder den Felverstein. Ja, also Mana-Rocks auch dabei. Und der andere Stapel, das sind eben alles Karten, die kein Mana produzieren können. Spells, Kreaturen, whatever. Und immer wenn ein Spieler an der Reihe ist, dann kann er sich aussuchen, von welchem Stapel er eine Karte zieht. Das macht man übrigens auch bei der Starthand. Das heißt, wenn du sieben Karten ziehst, kannst du aussuchen, ob du viermal von dem einen Kartenstapel ziehst und dreimal von dem anderen oder fünfmal von dem einen oder wie auch immer du das verteilen möchtest. Ziemlich cool. Es gibt einen gemeinsamen Friedhof. Das heißt, wenn Karten abgelegt werden, dann kommen sie auch in einen gemeinsamen Friedhof, auf den eben alle entsprechend Zugriff haben. Und ja, das ist natürlich auch mit mehr SpielerInnen spielbar, als zwei, aber eben auch ein gut geeignetes Zwei-Spieler-Format. Wie groß man die Decks macht, diesen Stapel, auch das kann man sich, dafür kann man sich selber entscheiden, wie viele Farben man da reinpackt. Dafür kann man sich selber entscheiden. Also wenn ich jetzt an Jochen vom Commander-Kompass denke, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Dann wird er sich wahrscheinlich ein Fertz-Deck ohne schwarze Karten basteln. Ist sein gutes Recht. Fände ich seltsam, aber spannend, interessant. Genau, und du kannst natürlich fünf Farben da reinpacken oder nur eine, wie auch immer. Ja, genau. Was ich sagen wollte, super spannend. Ein Spieler, eine Spielerin bereitet die ganzen Karten vor und kann das dann eben im Weihnachtsabend an die ahnungslosen Opfer quasi herantragen und sagen, komm, wir spielen jetzt eine Runde Magic. Ich hab doch gar keine Karten. Egal. Und los geht's. Ich habe Karten mitgebracht. Bum, bum. Schöne Idee, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist, ähm, ja. Das Problem ist ja oftmals, wie führt man jemanden an Magic ran, ne? Und ich finde, die Hürde muss halt so einfach wie möglich sein. Ich weiß nicht, ob das mit der Variante gelingt, aber allein schon diese Hürde zu nehmen, du musst dir jetzt ein Deck bauen. Das haben, glaube ich, viele Varianten, die wir uns heute Abend vielleicht auch noch besprechen oder besprochen haben, so gemeinsam. Einfach, auch wie Jumpstart, du bringst einfach was mit und der andere hat keinen Nachteil davon, dass er das nicht kennt. Hier vielleicht ein bisschen anders, aber allein, dass man halt sagen muss, hier, ich bring ein Spiel zu dir mit und du musst jetzt nicht erst mal Geld investieren. Deckbau ist einfach komplex. Und bei der Vielzahl der Karten fühlt man sich, kommt man in diese Starre des Ich fühl mich überfordert und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen hab ich bei einer kleinen Reddit-Umfrage ganz, ganz viele Spielerinnen und Spieler, die mir darauf geantwortet haben, gehört, die sich gesagt haben, wir begrenzen künstlich unseren Kartenpool. Die einen hab ich gehört, die nehmen sich halt immer eine Boosterbox und draften die halt weg. Und aus den gesamten Draftkarten bauen die sich dann später ein 50-Karten-Deck. Also wenn man einen Draft hat, hat das ein 40-Karten-Deck. Dann der zweite Draft, den man dann später irgendwann mal macht, der kommt mit in denselben Pool, aus dem man sich das 50-Karten-Deck bastelt. Und dann kommt ein weiterer Draft, ein weiterer Draft, und dann kommt das neue Set. Und die machen das immer weiter und haben quasi immer den gemeinsamen Kartenpool, aus dem sie sich dann ein konstruiertes Deck basteln. Und das macht's so viel einfacher, weil du weißt, okay, ich hab nur Zugriff auf die Karten, die ich hier drafte. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie im Internet schlau machen und nett decken, wie's so schön heißt, sondern ich kann einfach gucken, was kommt, und kann mich beim Draft dann direkt entscheiden, wenn ich die Karten vor mir habe, brauche ich die für mein Constructed-Deck, nehme ich die für mein Draft-Deck hier. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, einfach den Kartenpool ein bisschen zu begrenzen. Im Grunde das, was ich vorhin mit diesem Schrott-Draft auch versucht hab zu erzählen. Du kannst da auch natürlich ein Ziel spielen. Es ist vollkommen egal, du kannst die Karten verschenken, weil die sind nichts wert in dem Sinne. Die haben nur Spielwert, keinen monetären Wert. Genau, und das haben wir auch diese Casual-Varianten gemeinsam, dass man halt versucht, diesen mentalen Ballast so ein bisschen zu reduzieren und den Spielspaß so ein bisschen zu erhöhen, dass man halt sagt, okay, wir begrenzen uns oder wir machen diese Einschränkung und kommen damit auch schneller irgendwie zum Spiel. Gut, ja, Fett-Deck, gute Idee. Schnelles Spiel, unkomplizierend, super cool, oder? Find ich lustig, hab ich noch nie gehört, aber ja, schon mehrere Sachen heute Abend gelernt. So, dann sprechen wir mal noch ein bisschen über Commander, oder? So ein ganz kleines bisschen. Ich würd ein bisschen drüber sprechen, das wirklich nur so als Ausgangspunkt nehmen, weil wir haben sehr viel über Commander gesprochen und das wird auch wieder kommen, dass wir viel über Commander sprechen, aber vielleicht lass uns so ein bisschen Variationen zum üblichen Commander-Spiel vorstellen. Ich fang mal an mit einer, die wir auch schon gespielt haben, die ich auch vorher nicht kannte, die hab ich, glaub ich, jetzt zweimal in unserer Playgruppe gespielt. Secret Partner. Kommt immer dann zum Einsatz bei uns, wenn wir mehr als vier sind. In der Regel fünf. Also, bei ... Ich glaube, es ist eine Spielvariante, die man mit exakt fünf Spielern spielen sollte. Ja, also ich glaub, bei sieben ist dann auch schon zu viel, genauso wie bei sechs wahrscheinlich schon Commander schon kompliziert ist. Die Downtime einfach viel zu krass. Also, wie macht man's jetzt bei fünf Spielern? Also, normalerweise ja mit vier Leuten Mehrspielermodus, aber hier bei fünf Spielern. Da bietet sich Folgendes an. Also, am Anfang nimmt man fünf Karten, die man verdeckt mischt. Und zwar sind das zum Beispiel zwei Länderkarten. Also, sagen wir mal, ein Berg und ein Wald. Und dann nehmen wir noch korrespondierende Sprüche in den Farben. Also, sagen wir mal, Lightning Bolt und Giant Grove. Und dann nehmen wir noch, sagen wir mal, eine farblose Karte, irgendein Artefakt. So, die mischen wir jetzt. Und dann kriegt jeder von den fünfen eine Karte verdeckt und darf die sich angucken. Und diejenigen, die die Länder haben, die decken die auf. Also, man weiß dann, okay, der hat den Wald, der hat das Gebirge. Werden quasi Teams ausgelost, sozusagen. Genau, es werden Teams zusammengestellt. Und der andere Teamkollege, also der jetzt den korrespondierenden Spruch in der Farbe hat, der deckt seine Karte aber nicht auf. Das heißt, er weiß, wer sein Partner ist. Sein Partner, der das Land hat, weiß aber nicht, wer dessen Partner ist. Nur einer kennt die Partnerschaft quasi. Genau. Und der fünfte, der mit dem Artefakt, der ist der Lone Wolf. Das heißt, der offenbart auch nicht, wer er ist. Sein Ziel ist es quasi, alleine zu gewinnen. Wohingegen die anderen quasi als Team gewinnen müssen. Wobei nur einer aus dem Team natürlich weiß, wer sein Teampartner ist. Und dadurch ergeben sich dann so ein paar lustige politische Implikationen. Das heißt, man muss einerseits so ein bisschen rausfinden, wer sein Teampartner ist, weil es geht natürlich darum, dass das Team gewinnt, beziehungsweise einer aus dem Team gewinnt, dann hat das Team gewonnen. Und eben auch die anderen Teams und den Lone Wolf raus zu kegeln und dann möglichst am Schluss mit dem Teampartner übrig zu bleiben. Und ja, also wie kriegt man jetzt quasi raus, wer der eigene Teampartner ist, welche Allianzen versucht, der Lone Wolf zu schließen oder zu suggerieren, dass er quasi Teampartner ist. Das kann man so plump machen wie ich, als ich das erste Mal gespielt habe, indem ich einfach allen die Gefolgschaft angeboten habe. Ja, und so spielt man dann eben zu fünft so ein bisschen taktischer vielleicht noch als zu viert. Magic meets Doppelkopf. Ja, ich spiele nicht Doppelkopf, aber wenn du das sagst. Ja, Doppelkopf, großartiges Spiel. Magic, großartiges Spiel. Gute Kombination aus beiden. Also ich mag ja Secret Partner nicht. Ich hab da noch nie Freude gehabt. Es läuft immer, läuft immer verquer für mich und ich komm da nicht so richtig rein. Keine Ahnung. Irgendwie bei fünf Spielern, man wartet einfach so lange, bis man das nächste Mal dran ist. Ich finde, vier Spieler ist schon so die größte Größe. Ich hatte einfach noch nicht so das große, befriedigende Secret Partner Spiel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ist auch wieder schwierig spielbar über Spelltable, wo man irgendwie so ein bisschen begrenzt ist auf die vier Spieler. Genau, Spelltable ist schon alleine schwierig spielbar, weil eigentlich der fünfte Gegner bei Spelltable immer Spelltable selber ist. Also man spielt quasi schon immer gegen Spelltable, wenn man auf Spelltable spielt. 8-Enemy. Vier gegen. Vier gegen Spelltable. Ja, genau. Vier Fäuste gegen Spelltable. Ja, also es ist auch noch so eine Noten. Es gab ja mal ein legendäres Spiel und du warst da, glaube ich, dabei, oder? Ich hab jetzt keins im Kopf. Erzähl mal. Ich hab viele Legendäres. Proxy Pierre? Ja. Wo sie gehen raus an Proxy Pierre? Ja, war das ein Secret Partner Spiel? Ja, warst du dabei oder nicht? Weil dann müssen wir auch nicht drüber sprechen. Ich hab nicht genug Gerüchte. War das die letzte Runde an diesem Abend? Ja, ich glaube. Nee, 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 das meine ich nicht. Dann warst du, glaube ich, auch nicht dabei. Dann war ich nicht dabei. Dann warst du, glaube ich, auch nicht dabei. Es gab ein legendäres Spiel, wo die sich gefetzt haben und der eine wusste über das und hat dann aber noch eine Finte gespielt. So, und dann ist das passiert und dann gab's eine totale Verwirrung. Wer jetzt nun mit wem? Und am Ende gab's einen lachenden Fünften, sozusagen. Ich überleg grad, also, ich hab diesen Effekt tatsächlich bei allen Spielen bislang gehabt, wo wir Secret Partner gespielt haben. dass relativ spät mir erst klar wurde, wer mit wem zusammenspielt. Das liegt aber an dir, Martin. Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu doof für diese Spielvariante. Also, ich bin auch bei Cluedo immer so ein Zug hinten dran, hinter dem, der es dann löst. Und vielleicht ist das hier auch ... Zweiter. Ja. Ach nee, scheiße. Aber, sag mal, ich bin nicht so weit dahinter, aber halt schon dahinter. Ja, Secret Partner, das Rätselratenspiel. Doppelkopf meets Magic. Ja, also, als Notlösung, wenn man mal einen Fünften zu Gast hat, das klingt jetzt scheiße, ne? Aber, also, wenn man mal aus Versehen zu Fünft ist, klingt auch nicht besser. Komm, mach weiter, erzähl du mal eine schöne Commander-Variante. Du, es ist keine richtige Commander-Variante, aber ich hab festgestellt, dass sie sehr populär als Oathbreaker. Und ich glaube, einige der ZuhörerInnen haben vielleicht ein Oathbreaker-Deck oder es schon mal gespielt. Ich erklär mal kurz, was so die Unterschiede zum Commander-Spiel sind. Man hat als Commander keine legendäre Kreatur, sondern einen Planeswalker. Und noch eine zweite Karte, nämlich einen sogenannten Signature-Spell, also einen Instant oder Sorcery, in den Farben des Planeswalkers. Und die leben beide in der Command-Zone? Die leben beide in der Command-Zone. Und man kann beide, wenn sie das Spiel verlassen, in die Command-Zone zurückschicken und dann für zwei Mal am Meer, für jedes Mal, dass man sie gecastet hat, eben wieder casten. Und das Signature-Spell? Das Signature-Spell? Das Signature-Spell. Na klar. Der kann nur gecastet werden, wenn der sogenannte Oathbreaker, das ist ein Planeswalker, der Oathbreaker im Spiel ist. Und der Signature-Spell geht daraufhin immer wieder sofort zurück in die Command-Zone. Der berührt nicht den Friedhof oder irgendeinen anderen Spielbereich. Du castest den und zack, zurück in die Command-Zone. Deswegen funktionieren natürlich einige dieser Signature-Spells nicht, wenn sie Rebound haben oder so was zum Beispiel. Die Decks, mit denen man spielt, die sind 60 Karten groß und man hat auch nur 20 Leben. Und viele spielen das eben, weil ihnen Commander-Spiele zu lang sind. Die wollen irgendwie das schneller haben. Man kann das auch wohl besser 1 gegen 1 spielen, hat man mir erzählt. Ich hab's leider noch nicht ausprobiert. Ansonsten ist es ja auch ein Singleton-Format, wo jede Karte im Deck nur einmal vorkommen darf, außer Basics. Es gibt keinen Commander-Damage. Und ja, genauso Deckbau-Voraussetzungen bezüglich Color-Identity des Oathbreakers und so weiter wie beim Commander mit den legendären Kreaturen. Ja, es gibt eine umfangreiche Banlist. Und die ist eben auch noch mal besonders, weil da sind zum Beispiel so Karten drauf wie der Jeweled Lotus, aber eben auch der Soul Ring, was ja ein Herzstück des Romanen des Spiels ist. Das heißt, ganz viele so Mana-Beschleuniger, die fehlen eben im Oathbreaker, die sind da rausgenommen worden, was für ein ziemlich, ja, diverses Meta-Game sorgt. Das heißt, viele unterschiedliche Decks. Und das geht sogar so weit, dass es auf EDH-Rack, was ja sozusagen für EDH-Spieler das Verzeichnis ist, um zu schauen, welche Spieler bauen sich ihre Commander-Decks wie zusammen, gibt's eben auch eine Oathbreaker-Abteilung, oathbreaker.edh-rack.com. Und darauf kann man sehen, dass das meistverzeichnete Oathbreaker-Deck ist angeführt von Arlen Court, einer Planeswalker-Rinn, die zum Werwolf mutieren kann. Und so gemeinsam mit dem Spell, dem Instant aus Innistrad, Moon Mist, wo man eben alle, ja, genau, Menschen transformen kann eben. Und das heißt, dass hier so ein kleines Transform-Deck ist. Es gibt Sahili, Huatli, Nicol Bolas, Tessaret, Renan Six, Ashiok, Ugin, Ral. Das ist cool, das sieht total toll aus. Und es, ja, provoziert die Spieler natürlich auch dazu, flavorvolle Decks zu bauen. Denn, ähm, hier muss nicht nur der Commander gut gewählt werden, ja, der Oathbreaker, sondern du brauchst eben auch noch einen passenden Spiel, der sich mechanisch einfügt und im besten Fall eben auch ganz gut in die Geschichte des Oathbreakers einfügt. Cool. Also ich, ich kenn das Format, ich hab's auch noch nicht selber gespielt. Ähm, ich war so ein bisschen abgeschreckt von der Banlist und, ähm, hab gedacht, wir haben eh schon so wenig Zeit zum Commander-Spielen, ist, äh, wann baue ich mir denn jetzt noch dieses Oathbreaker-Deck? Ja, na klar. Ähm, das, das könnten wir tatsächlich auch mal ausprobieren, wenn wir ... Viele schwören drauf. Ja, mich hat überrascht bei der Reddit-Umfrage, wie viele sehr drauf schwören. Und es war, äh, die Person, die das vorgeschlagen hat, hat die meisten Likes auf den Kommentar bekommen, was für mich zeigt, dass sehr viele sehr wachsam sind für dieses Format und sehr begierig darauf, das zu spielen. Ich würd's, glaub ich, eher ausprobieren als Brawl. Weil wir jetzt vorhin, und zwar haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, dass, äh, viele vielleicht auch schätzen, dass man halt so einen eingeschränkten Kartenpool hat. Ich finde, bei Brawl hat man dann schon wieder das Problem, dass halt der Kartenpool rotiert, dass man halt da, wie beim Standard, immer so auf dem aktuellen Stand sein muss. Ja, ja. Und hier bei Oathbreaker, ähm, allein, dass man nur 60 Karten-Decks baut, also du musst schon mal 40 Karten weniger raussuchen, für, wie bei Commander. Und, äh, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Druck raus, um zu sagen, okay, ich komm schneller zu einem Deckergebnis. Mhm. Mhm. Und du kannst natürlich die Spiele, die du dann spielst, die sind kürzer, du kriegst schneller Informationen darüber, ob dein Deck gut performt oder nicht. Das hat schon eine große, einen großen, großen Vorteil. Und wir in unserer Playgroup, wir mögen es ja auch, wenn die, ähm, Commander-Spiele ein bisschen schneller sind, und spielen deswegen ja auch mit weniger Lebenspunkten beispielsweise. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt Oathbreaker als nächstes ausprobieren oder den Unmander mit Silver-Bordered-Karten. Unmander machen wir als nächstes, Martin. Gut, dann weiß ich, was ich Weihnachten mache. Ja, sehr gut. Genau, es gibt noch super viele andere Spielvarianten. Tiny Leaders zum Beispiel gibt's immer noch und wird immer noch gespielt. Aber ich würd sagen, das, ähm, stellen wir dann einfach im zweiten Teil dieser Episode vor, der dann rauskommen wird, wenn das ganze Lockdown-Ding passé ist. Aber ich find, da kann man auch, wenn man wirklich, ähm, ja, so ein bisschen kreativ drauf ist, sich auch noch andere Einschränkungen überlegen, die vielleicht auch so eine kleine Geschichte noch um den Commander erzählen. Immer wenn das und das passiert, dann passiert mit dem Commander das und das. Oder, ähm, ja, wir befinden uns eben jetzt auf dieser Welt und überlegen uns, da gilt eben jetzt dieses World-Enchantment durchweg und wir machen gar nicht andere Planes, sondern wir entscheiden uns bewusst für eine und haben uns vielleicht auch vorher gemeinsam überlegt, was hier gelten soll und bauen da ein Stack drumherum. Also das, das soll da auch so ein bisschen anregen. Klar. Ja, kann man sich sogar überlegen, ob man's mit Oathbreaker kombiniert und dann noch mal ein neues Format, neue Spielvariante draus erfindet. Ja, oder sagt, alle Commander kommen von der gleichen Welt und dann haben wir noch das Plane dazu und machen halt so einen ganz, so einen flavorvollen Battle da auf dieser Plane. Mhm. Ja. Ja, Oathbreaker als quasi beschleunigte Commander-Variante mit ein paar extra Regeln. Ähm, cool, ausprobierenswert. Jetzt würde ich dich aber doch noch bitten, auch die letzte Sache noch vorzustellen, die du gefunden hast. Also, also für den ultra harten Lockdown. Also, wir machen uns das jetzt nicht lustig über Leute. Nee, für die Quarantäne-Situation, muss man sagen. Für die Quarantäne-Situation. Also wirklich die häusliche Quarantäne-Situation. Und, ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal, also, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt, ihr müsst jetzt tatsächlich irgendwie allein zu Hause sitzen oder aus irgendeinem Grund in Quarantäne sein. Also, wir wünschen euch trotzdem alles Gute und dass, dass euch gut geht über Weihnachten. Auf jeden Fall. Wir sind, wir sind bei euch. Und dass ihr Leute habt, ähm, ja, auch außerhalb von uns, die ihr anrufen könnt, mit denen ihr sprechen könnt. Und, ähm, ja, dass ihr auf jeden Fall, auch wenn ihr allein seid, nicht allein seid. Und wenn ihr aber Magic-Spieler seid und allein seid und aber Ablenkung braucht und in der Stimmung seid für Ablenkung, dann, ähm, ja, hat der Geist jetzt noch was, was ich heute das erste Mal gehört hab und immer noch nicht so ganz verstanden hab. Aber erklär's mir nochmal. Wie funktioniert Horde-Battle? Horde-Battle. Horden, Horden, das, ähm, das Horde-Battle, das, das hat tatsächlich eine ganze Menge Regeln. Das ist eine Spielvariante, die man allein spielen kann. Und ich hatte es schon mal erwähnt, ich hab angefangen zu spielen, ungefähr bei Born of the Gods, also im ersten Teros-Block. Und da hatte Wizards sogar richtige, ähm, Horden-Decks rausgebracht, die man sich kaufen konnte. Sogar mit einer Spielmatte dabei, wo noch die Regeln drauf gedruckt waren und so. Und ich stand damals im Laden davor, hat fünf Euro gekostet. Und ich hab mir gedacht, nimmst du eins mit? Ähm, hab ich nicht gemacht. Kosten jetzt 30 Euro oder so, diese kleinen Decks. Ähm, aber ist egal. Das ist etwas, das könnt ihr euch selber aus euren Karten basteln. Und ihr braucht nicht mal richtige Magic-Karten dafür. Denn das Ganze funktioniert so. Ähm, man kann es Singleplayer spielen oder halt tatsächlich mit mehreren Spielern gemeinsam gegen das Spiel kooperativ. Denn du spielst, und ich erklär jetzt mal, wie es ist für eine Person, ne? Du spielst gegen ein automatisiertes Deck. Die sogenannte Horde. Ja, das, das, das steuert sich quasi automatisch und es spielt gegen dich. Du bist der Survivor, ja? Mhm. Der Überlebende. Und, ähm, die Horde gewinnt quasi, was die macht und wie sie es macht, erklär ich gleich noch. Ähm, die gewinnt, wenn du keine Lebenspunkte mehr hast. Und die Survivor, also du gewinnst, wenn die Horde keine Karten mehr im Stapel hat. Ja, also keine Karten mehr in der Bibliothek oder auf der, auf der fiktiven Hand sozusagen. Braucht aber eigentlich gar keine Hand. Also du kannst dir, kannst dir merken, wenn es keine Karten mehr gibt, kein Horde-Deck mehr gibt, ähm, und keine Kreaturen mehr im Spiel sind. Hab ich gewonnen. Dann, ähm, dann hast du gewonnen. Genau. Also das Horde-Deck umfasst 100 Karten. Und davon sind, zumindest laut dieser Beschreibung, die ich gefunden hab, aber das variiert, ne? Da gibt's tausend Hausregeln dafür. Ähm, umfasst 60 Tokens. Also nicht mal richtige Magic-Karten, sondern sozusagen nur Spielsteine. Und, ähm, 40 sozusagen in Anführungsstrichen richtige Karten, Spells oder andere Kreaturen, Vanilla-Kreaturen kannst du reinpacken, ne? Also, ähm, was wichtig ist, ist, dass man keine Karten reinpackt, die sozusagen menschliche Entscheidungen verlangen. Das heißt, irgendwas zu targeten oder so was. Und diese Tokens, die sind jetzt aber nicht nur 1-1er, sondern die kann man sich beliebig zusammenstellen. Das kannst du dir beliebig erstellen. Ich hab einen gefunden, der hatte eine bestimmte Anzahl, ähm, 1-1er, 2-2er, 3-3er, 4-4er. Und dann einen 8-8er-Kragen, den 1-10er-Eldrasi-Token und noch ein 6-6er oder so. Also es gab so ein paar, gab so ein paar Rares unter den Tokens sozusagen da, da drin. Und, äh, gegen die musst du mit deinem Deck quasi ankämpfen, den musst du standhalten. Es gibt bestimmte Regeln, denen die Horde folgen muss. Also das Deck spielt sich automatisch und, äh, alle Entscheidungen, die gegebenenfalls getroffen werden müssten von Seiten dieses Decks, die müssen so zufällig wie möglich getroffen werden. Ja, das heißt, da musst du dir gegebenenfalls ein paar Gedanken machen, wie du es auswürfelst, eine Münze wirfst, was auch immer. Dieses Hordendeck hat unendlich viel Mana. Dementsprechend kannst du da natürlich nicht alle Karten reinpacken. Ähm, ähm, wenn die Horde dran ist, dann werden von dem Hordendeck so lange Karten aufgedeckt, bis eine, ähm, Non-Token-Karte aufgedeckt wird. Es gibt aber auch eine Spielvariante, wo quasi nur Togens im Deck sind, dann werden im ersten Zug des Hordendecks eine Karte aufgedeckt, der Token kommt dann direkt ins Spiel, im zweiten Zug werden zwei Karten aufgedeckt, der Token kommt, die beiden Token kommen direkt ins Spiel und im dritten und so weiter und so weiter. Also alle Karten, die aufgedeckt werden, egal in welchen Regeln man folgt, die werden sofort gewirkt. Und es werden alle Karten, die aus dem Friedhof der Horde gecastet werden können, gecastet in dem Moment. So, dann kommt also ein ganzer Schwung Horde ins Spiel. Ja, kann man natürlich klassischerweise mit vielen Zombies spielen. Und, ähm, diese Kreaturen haben alle Eile und die müssen alle angreifen. Cool. Das heißt, im besten Fall hast du ein paar Blocker im Spiel. Ja. Ähm, die, die haben keine Lebenspunkte, selbstverständlich, die Horde, sondern Schaden, denen du der Horde zufügst, werden quasi, also der Anzahl von Schadenspunkten wird dadurch abgetragen, dass, äh, in der gleichen Höhe Karten von Hordenstapel abgeworfen werden. Ja, das heißt, durch aktives Angreifen kannst du, kannst du die, den, den Hordenstapel verringern. Und wenn die blocken können, dann wird natürlich per Zufall entschieden, wie geblockt wird. Das sind die Regeln für die Horde. Und dann haben der, die Survivor quasi noch Regeln, oder du als Survivor hast Regeln, ähm, man sagt, dass man erst, dass du erst mal drei Runden Vorsprung kriegst, dass du schon mal ein bisschen dein, dein Setup machen kannst. Und wenn man im Multiplayer spielt, also im Koop-Modus, dann spielt man das ein bisschen so wie Two-Headed Giant, ne, oder Arch Enemy man jetzt einfach gleichzeitig dran. Und es gibt 20 Lebenspunkte pro Survivor. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad anzupassen, ne, denn, ähm, ja, genau, du hast ein sehr gutes Deck, das rammelt über die Horde drüber, du hast ein etwas schwächeres Deck, das hat ein bisschen Probleme, du kannst die, die Rundenzahl ändern, die du zur Vorbereitung hast, du kannst deine Lebenspunkte anpassen, du kannst das Hordendeck verändern, ne, ähm, du kannst es auch in der Größe starten, du musst nicht gleich gegen 100 Karten spielen, du kannst auch erstmal eine zufällige Anzahl am Anfang des Spiels ins Exil schicken und spielst dann nur gegen 60 Karten beispielsweise. Und du kannst sogar, ne, wenn du das möchtest, die zufälligen Entscheidungen, die das Hordendeck treffen würde, durch bewusste Entscheidungen treffen, also dich in die Rolle der Horde versetzen und überlegen, ne, den besten Block überlegen und die beste Art und Weise, den Instant oder den Sorcery zu spielen, äh, ja, gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten, aber, ähm, ja, ganz geil, oder? Das spielst du halt allein. Ich hab, ich hab's einmal probiert, tatsächlich, ähm, ist schon eine Weile her und ich hab's nicht so ausgecheckt gebaut, wenn man diesen paar Regeln folgt, dann kann das richtig Spaß machen, weil dann kann das auch so ein bisschen Turniercharakter bekommen und es gibt SpielerInnen, die spielen das wie ein Turnier und rüsten quasi das Hordendeck immer weiter auf. Das ist auch toll, hab ich mir jetzt grad überlegt, um halt so Commander-Decks vielleicht mal zu testen, also wenn man jetzt, ja, ja, wie du grad gesagt hast, man hat ja so selten Gelegenheit zu spielen und wenn, dann gegen die Spiele lange, also mehr als ein, zwei Spiele kriegt man vielleicht gar nicht raus an so einem Abend und, äh, wenn man dann davor schon sein Deck so ein bisschen testen könnte und weiß, ah, da muss ich noch ein bisschen drehen, da muss noch vielleicht der Instant rein, dann ist vielleicht die Horde der passende Gegner dafür. Ich war ja jetzt tatsächlich mal wieder in, in Quarantäne, nicht weil ich, ähm, ähm, Corona hatte, sondern halt Gefahr war, dass, ne, bla 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 und so weiter. Das ist mein drittes Mal und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich etwas getan hab, was ich eben nicht gemacht hab. Ich hab zwei meiner Decks gegeneinander antreten lassen. Das hab ich dann so, ne, ich hab so ein, so ein, so ein Schreibtisch hier in L-Form und auf diesem, auf diesem kurzen, auf diesem kurzen Ende hab ich so meine, meine zwei Spieler Playmat drauf und da liegen dann immer zwei Decks und die befinden sich quasi immer im Spiel, wie so ein, wie so ein Schachbrett, was dann immer da ist, äh, wo ich immer mal wieder einen Zug machen kann und wenn ich vom Arbeiten aufstehe, dann geh ich vorbei und, und guck so, ach jetzt, hm, das Depala-Deck ist dran, ah ja, okay, na, dann könnte jetzt das passieren und dann später passiert wieder das und so wird ein Spiel über ein, zwei Tage irgendwie hinweg, zieht sich dann, ich hab sehr viel Zeit drüber, drüber nachzudenken, was passiert und, ähm, das ist eine, ist irgendwie eine coole Variante, irgendwie Magic um sich herum zu haben in Situationen, wo man eben weniger spielen kann oder nicht spielen kann oder, äh, ja, man sich irgendwie etwas braucht, um sich den Tag so ein bisschen aufzuheitern. Cool, also ich, ähm, ich glaub, ich hab ganz viele Tokens, ich glaub, ich probier das mal aus, ähm, Geil, und dann lass uns doch gegenseitig ein Hortendeck bauen, tauschen und dann gucken, wie, wie jeweils andere dagegen ankommt. Im PDF-Format. Nee, coole Idee. Und, ähm, ja, das, das war tatsächlich auch schon die letzte Idee, die wir hatten für euch, um, ja, so ein bisschen auszubrechen aus der ... Es waren genug, oder? Sollte reichen, überweichend. Da ist bestimmt für jeden was dabei, alle anderen Spielen Probe und, ähm, kennst du es noch aus diesen Spielezeitschriften früher, so Videospielezeitschriften, wenn so die Formulierung war, Äh, Echtzeitstrategien greifen zu, alle anderen Spielen Probe. Das ist immer so diese Wischiwaschi-Bewertung für so ein Spiel, das nicht so richtig gut ist, aber die, 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 die Kenner lieben es und alle anderen Spielen Probe. Genau, also spielt Probe, testet das aus und sagt uns, was für euch funktioniert hat und sagt uns auch, was wir, ähm, gerne auch mal ausprobieren sollten, was ihr gegebenenfalls spielt. Ja, und, ähm, der Lieferdienst, Geis, der hat ja auch noch so ein bisschen Eis mitgebracht, ne, für den Nachtisch. Ich, na, ich geh mal zum Eisfacher und hol das. Wie? Hast du jetzt das nicht ins Eisfach ge... Ach so, ich dachte, du machst... Ich mag ja Eis, wenn's so ein bisschen suppig ist. Ich nicht. Ich hab Probleme damit, wenn sich der Löffel verbiegt, wenn ich's versuche zu essen. Dann hast du keine Eis... Dann hast du natürlich keine Eis, äh, Kelle, äh, oder wie nennt man das? Eine meiner Lieblingssorten Eis, Karamell von Florida Eis. Ja. Und ich hoffe, Florida Eis hört das und schickt mir jetzt so ein Kiste Florida Eis zu, aus Dank, dass ich sie erwähnt habe. Aus Spandau. Hashtags not sponsored. Aus Spandau, genau. Spandau. Spandau bei Berlin. Und jetzt werden sie's mir nicht mehr zuschicken. Scheiße. Gut gemacht. Ja. Ähm, hey Freunde, das war's. Wir, wir wollen nicht ganz, ähm, ähm, weggehen, ohne uns zu, zu verabschieden. Ich würde gerne noch kurz was zitieren aus meinem kleinen Bibelchen, was ich hier habe. Darf ich das? Ist auch passend zum Thema. Mach das. darf ich kurz vorher was empfehlen? Dann kannst du mit der Spielanleitung rausgehen. Ja, na los, mach. Ich wollte einen YouTuber empfehlen, den ich, äh, ganz großartig finde, den ich dieses Jahr entdeckt habe und der, äh, quasi unsere, äh, ja, unseren Podcast im Geiste als Videoformat symbolisiert. Nee, nicht wirklich, aber er macht unglaublich flavorvolle Videos, er macht sich lustig über Magic, er nimmt die Karten ernst, er, er macht lustige Musik-Video-Parodien mit klasse Texten, ähm, die Magic aufs Korn nehmen. ähm, MTG Remy heißt der Gute. Remy! Der macht wirklich tolle Sachen, heute ist ein neues Video von ihm erschienen, ähm, ja, also ich, ich hab's noch nicht gesehen. Ich lach da immer sehr drüber, weil er wirklich sich sehr viele Gedanken macht, mir diesen alten 80er-Jahre, äh, Synthi-Pop-Text auf Magic ummünzen kann, dass er trotzdem sowohl in der Magic-Welt als auch für das Original Sinn ergibt. Also ganz großartige Parodien und lustiger Magic-Content. MTG Remy, verlinkt mal. Trifft auf jeden Fall unseren Humor. Also mit meinem kleinen Bibelchen meine ich natürlich diese Magic, The Gathering, Magic, die Zusammenkunft, Spielanleitung aus dem Jahr, ich hatte es das letzte Mal gesagt, 1995. Und, äh, hier gibt's ganz, ganz viele tolle, kleine Regeln. Dieses Büchlein, was kleiner ist als eine Magic-Karte, hat 88 Seiten und ungefähr ist die Schrift so groß wie in einer Bibel. Okay. Und, äh, hier gibt's ein Kapitel, das heißt Hausregeln. Und das möchte ich ganz kurz, möchte ich Teile davon vorlesen. Hausregeln. Wenn du eine der Regeln des Spiels nicht magst, oder wenn du dich in einer Situation befindest, die von den Regeln anscheinend nicht abgedeckt wird, darfst du gerne eine Hausregel entwerfen. Hausregeln ist hier in Anführungsstrichen. Ähm, es macht uns nichts aus, ganz im Gegenteil. Wir ermutigen dich sogar dazu. Du sollst jedoch wissen, was die offiziellen Regeln sind, nur für den Fall, dass du bei jemandem anderem zu Hause spielst. Dann sind so ein paar Regeln aufgeführt, zum Beispiel ist eine Ausregel hier, die, die Malligen-Regel, ist hier als Hausregel aufgeführt, ja. Ähm, und eine ist schön, jeder muss bestimmten Regeln des Kartenstapelaufbaus folgen, also der Deckbau. Es würde hier zu weit führen, bestimmte Regeln zu erwähnen, aber der Sinn von Hausregeln kann es auch sein, Magic-Novizen eine Chance gegen Kartenlords zu geben, die jede Karte fünffach haben. Bist du auch so ein, bist du auch ein Kartenlord, der jede Karte fünffach hat? Nicht mehr. Ich habe nur noch zwei von jeder. Alles gut. Ähm, ein kleiner, ein kleiner Absatz kommt nach Hausregeln, können jeden Aspekt des Spiels abdecken. Oder nur einige wenige. Geh einfach auf Nummer sicher, dass neue Spieler über die Hausregeln informiert sind, bevor es zu irgendwelchen Duellen kommt. Ich hoffe, sie meinen Spielduelle und nicht echt. Geh einfach mal davon aus. Geh einfach auf Nummer sicher. Das Motto für 2020, geh einfach auf Nummer sicher, bevor es zu irgendwelchen Duellen kommt. Ach, Magic war so schön, als es das Internet noch nicht gab, ne? Ja, und auch so wenig einschüchternd auch, ja? Ja. Auch schön, dass in dieser Spielanleitung drinsteht, die anderen Spielregeln, die würden jetzt hier zu weit führen. Wenige Jahre später. Puh. Jetzt führt die Regel wirklich... Kleine Aufgabe an alle unsere Hörer, Hörer, Zuhörerinnen. Bis zur nächsten Folge baut bitte einmal den Begriff Kartenlord in euren täglichen Sprachgebrauch ein. Bei irgendeinem Spiel bitte bezeichnet irgendeinen Mitspieler oder irgendeine Mitspielerin als Kartenlord. Ihr könnt die Mitspielerinnen auch wahlweise als Kartenlady bezeichnen, aber es klingt nicht so geil wie Kartenlord. Wusstest du, dass der Kreaturentyp Lord eben deutschen Herrscher heißt? Nein. Wo gibt's die denn? Auf weißen Karten. Ach so. Ihr könnt auch ans Telefon... Aber wir spielen ja nur Commander, weißt du? Deswegen spielen wir ja keine weißen Karten. Ihr könnt auch ans Telefon gehen und euch mit Kartenlord melden oder Kartenlady. Das ist egal. Wenn ihr das tut, schreibt es uns. Ich würde es gern wissen. Und gern auch, wenn es euch peinlich ist, als private Nachricht. Das ist mir vollkommen schloss, Pieps. Zum Beispiel könnt ihr es uns schreiben auf Twitter an at tasty-mtg. Ja. Und auch wenn es kein Schwein interessiert, es gibt uns auch auf Facebook. Ja, da ist es ohne Unterstrich. Da ist es einfach tasty-mtg. Ja, das wäre entscheidend, wenn jemand auf Facebook danach suchen würde. Aber folgt uns auf Twitter, schreibt uns an, teilt uns eure Spielvarianten und schreibt uns gern, wenn ihr noch eine Spielvariante habt, die wir jetzt hier drin nicht abgedeckt haben, die sich gut eignen würde, jetzt in dieser doch recht tristen, gefühlt einsamen Zeit zu spielen. Und mit diesen aufmunternden Worten von Geist bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören im ersten Jahr von tasty-mtg und wollen euch auch nicht in dem Ungewissen lassen, es gibt ein zweites Jahr, also wir kommen 2021 wieder, haben uns zumindest vorgenommen und ja, machen eine neue Folge im Januar, würde ich sagen. Schön, dann geht's nach Kaltheim, würde ich sagen. Dann geht's nach Kaltheim, zieht euch warm an und wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr, möge es besser werden als 2020, allgemein und für euch im Besonderen und ja, schön war's mit dir, Geist. Martin, es ist immer wieder eine wahnsinnige Freude mit dir, ich liebe es mit dir über Magic zu sprechen, ich hoffe, das hört man raus und ich freue mich drauf, dass es weitergeht. Bleib gesund, Martin. Bis zur nächsten Folge, du auch, mach's gut, Geist. Ciao, mach's gut, Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.